Sonst haben wir bei unseren Stammtischen eigentlich immer so 20 bis 30 Besucher, wenn es gut läuft. Heute, die Zeiten sind vorbei. Ich stelle es gerade fest. Ich hoffe natürlich, dass wir noch mehr werden. Ja, dann darf ich erstmal alle ganz herzlich herzlich begrüßen zu unserem Stammtisch. Irgendwas müssen wir richtig machen, denn sonst hätten wir nicht hier so einen Zulauf und würden hier schon an die räumlichen Grenzen, an Kapazitätsgrenzen kommen. Das ist wirklich ganz genial und was besonders erfreulich ist, dass immer wieder neue Gesichter, neue Interessenten dazu kommen. Es sind nicht nur Altmitglieder, sondern wir werden ständig angeschrieben, wann trefft ihr euch, wo könnt ihr uns informieren. Und das ist natürlich ganz toll, dass wir so einen Zulauf haben. Und besonders freue ich mich natürlich auch, die Kollegen, Abordnungen, Gäste aus anderen Kreisverbänden zu begrüßen. Das finde ich immer toll, dass man sich untereinander austauscht. Ich fahre dann schon mal nach Bühren und helfe mal beim Stand aus und die kommen zu uns zum Stammtisch. Also besonders begrüße ich jetzt hier den stellvertretenden Sprecher Dr. Freitag und seine Frau. Ebenfalls die unter Vorstand ist die Daniela Buhmann-Quast. Spannas Lundstedt, da hinten. Da hat noch keiner mit euch gekommen. Ach, die Jenny. Genau. Der hat die jetzt was weggekommen. Andreas A. Unser kongenialer Protokollführer, den wir demnächst bald wieder mal brauchen werden. Jenny hat mich schon begrüßt, ja. Ach, jetzt kommt noch die Achter-Prominenz. Und Michael Espendiller. Ich grüße Sie. Dann grüße ich selbstverständlich noch unser Filmteam aus Reuskirchen, die wirklich, wie sagt man, Frau Umge, für Lau uns hier aufnehmen. Also wir hoffen, dass wir euch sonst noch irgendwie mal was Gutes tun dürfen. Für den weiten Weg, da lässt sich sicherlich noch was finden. Aus Bonn ist der Herr Druckenbock da. Und aus dem Rhein-Erft-Kais, Eugen, ja. Schmidt. Eugen Schmidt, genau. Der aus seines Zeichens auch der Vertreter der Russlanddeutschen in der AfD ist. Also eine ganz wichtige Gruppe, die wir auch bei uns in der Partei haben, die es gilt zu unterstützen und für uns zu gewinnen. Vielleicht möchtest du nachher noch was darüber sagen. Ja, vielleicht ein paar Sätze. Ja, gut. Habe ich irgendeinen vergessen? Doch, hier unsere Heinsberger-Freunde. Wir werden schon langsam zu Stammgästen hier. Der Norbert und die Heidi Sablowski. Herzlichen Dank. Ja, wir sitzen ja hier nicht zusammen, weil wir ein Kaninchenzüchterverein sind oder der ADAC, der nur möglichst viele Mitglieder haben möchte. Wir haben ja einen guten Grund hier zu sitzen. Und ich möchte dazu eigentlich mal eine Mail zitieren, die Frau Bichler hat mir das erlaubt. Die hat mir nämlich eine Mail geschrieben. Guten Tag. Frau Merkel und ihre verblendeten Helfer haben doch etwas Gutes gemacht. Sie haben mich politisiert. Bislang aber rege ich mich über Merkel und Co. nur mit meinem Lebenspartner und vor dem Computer auf. Das reicht mir nicht mehr. Ich möchte aktiv werden. Deutschland steht am Scheideweg. Ich glaube, das ist nicht übertrieben. Nein, nicht mehr. Und da muss ich Ihnen vollkommen recht geben, Frau Bichler. Erstmal herzlich willkommen. Ich würde es mal so sagen. Also wenn ich von Maasweiler nach Eschweiler diese Schnellstraße fahre und ich sehe dann jetzt im Herbst die schönen bunten Bäume in der Sonne, dann denke ich immer, Deutschland ist ja so ein schönes Land. Und eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm. Also man merkt es nicht. Eigentlich läuft es doch eigentlich alles. Und zu denken, wahrscheinlich viele Leute, weil sie noch nicht davon betroffen sind oder das noch nicht so ganz durchschauen. Oder wie unsere Gegner immer sagen, ja, es wird ja niemand etwas weggenommen. Also diese Aussage ist an sich schon so grotesk, dass jeder, der rechnen kann, sich eigentlich denken muss, was uns eigentlich alles weggenommen wird. Und es ist aber in Deutschland noch viel schlimmer, als man sich überhaupt vorstellen kann. Also es hat angefangen mit den Antänzern, an die wir uns dann gewöhnen mussten, die einfach nur geklaut haben. Dann ging es weiter mit den Grappschern, mit den Vergewaltigern, was auch an der Tagesordnung ist inzwischen. Da regt sich auch keiner mehr drüber auf, die täglichen Einzelfälle. In der Zwischenzeit ist Mord schon an der Tagesordnung. Ob in Freiburg, ob in Hamburg oder sonst irgendwo. Es ist eigentlich unglaublich. Über Köln redet schon gar keiner mehr. Und es wird wohl oder übel oder notgedrungen oder wie man das auch nennen will, darauf hinlaufen, dass es zu Auseinandersetzungen kommen wird, zu Zusammenstößen, zu Unruhen. Und dann haben wir nämlich das Problem, dass die Bundeswehr gerufen wird für Einsätze im Inneren, weil die Polizei das nicht mehr schafft. Und damit bin ich dann auch schon bei unserem heutigen Vortrag. Der Herr Lukassen, ich weiß nicht, über den kann man so viel sagen, das möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Also begrüße Sie mit mir alle einfach den Herrn Lukassen, der wird gleich selber was für mich nennen. Danke Herr Roschies. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das Thema ist an die Wand geworfen. Das heißt, wir haben es gewählt, Einsatz der Bundeswehr im Inneren und die beiden Unterzeilen. Ein wirksames Mittel zur Terrorabwehr oder einer Populismus ist eine Frage. Die Frage, die ich stelle und die ich heute Abend, vielleicht am Ende meines Vortrages, der nicht länger als 45 Minuten dauern sollte, mit Ihnen beantworten möchte, handelt es sich hier also tatsächlich um ein privates Mittel zur Terrorabwehr oder es ist reiner Populismus unserer Bundesregierung. Könnt ihr mich auch her und dahinten? Ich darf mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Lydia Lukassen. Ich gehöre dem Kreisverband Reuskirchen an. Entschuldigung. Das machen wir doch nicht noch mal. Wir wundern es bei dem Thema. Ich war selbst 34 Jahre bei der Bundeswehr. Ich habe in der Bundeswehrzeit in diesen 34 Jahren eine Laufbahn nach dem Abiturstudium Wirtschafts- und Organisationswissenschaften an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Dann habe ich eine fliegerische Ausbildung gemacht zum Utschrauberführer, bin fast 30 Jahre geflogen und eine Generalschreibsoffizier-Ausbildung, die basgebend war für meine Laufbahn dann in der Truppe. Das heißt, im nationalen und internationalen Bereich alles, was dazu gehört, Vierungsverwendung, Stabsverwendung, Ministerium, Ämter, NATO, was man in 34 Jahren als Soldat so zusammenbekommen kann. Dann habe ich vor zehn Jahren auf eigenen Wunsch die Bundeswehr früher verlassen, habe eine eigene Firma gegründet, eine GmbH, wo alles GmbH ist, mit Geschäftssitz in Bonn, und die beschäftigt sich seit zehn Jahren mit Ausbildungslösungen für Streitkräfte im nationalen und internationalen Kontext, besonders mit simulationsbasierten Ausbildungslösungen für Streitkräfte, aber nicht in der Form, dass Hardwarelösungen bereitgestellt werden, sondern es handelt sich hier um Softwarelösungen, also konzeptionelle Arbeit. Im Rahmen dieser Tätigkeit und dieser Aufgabe seit zehn Jahren war ich unter anderem drei Jahre in der Russischen Föderation, in Roskau, das wird aber schon mal erzählt, und auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hatte selbst über zwei Jahre eingeschäftssitz in Abu Dhabi. Darum erzähle ich gerade das, weil das natürlich beides Anknüpfungspunkte sind an die politische Landschaft, die uns zurzeit berühren und nicht nur das auch beeinflusst. Ja, damit komme ich zu dem Thema und ich werde Ihnen als erstes einen kurzen Videospot einspülen, der Bundesministerin der Verteidigung, das dauert nur eine Minute 50 Sekunden. Ich bitte Sie einfach mal zuzuhören, Ihre Aufmerksamkeit zu lenken auf die Gestik von Schau von der Leyen, aber auch auf Ihre Sprache und auch an die Stellen, an denen Sie sich für Sie eigentlich ungewöhnlich, Sie redet sonst sehr gut, auch verhaspelt, denn das wird in meinem Vortrag dann wieder eine Rolle spielen. Nicht die Tatsache, dass sie sich verhaspelt, sondern das Thema, das Sie dort gerade verwendet. So, lass mal gucken, wie stark hier. Das war ein Videospot, der, wie es dort steht, am 17. Juli aufgenommen worden war, also der Pressekonferenz, anlässlich der Veröffentlichung des Weißbuches. Das Weißbuch ist am 13. Juli veröffentlicht, zur Sicherheitspolitischen Lage der Bundesrepublik Deutschland. Und da hat sie in diesem Video deutlich gemacht, dass sie beabsichtigt, bei terroristischen Großlagen oder bei Notständen katastrophischen Ausmaßes, so hat sie das gesagt, die Bundeswehr im Inneren einzusetzen. Und das Entscheidende war, der kurze Satz, der hier auch rausgenommen ist, den sie gesagt hat, das ist die Bundesverfassungsrechtsprechung, die dahinter steht. Und das müssen wir genau durchleuchten, denn aus gutem Grund ist die Bundeswehr bisher nicht bei Aufständen in ähnlicher Art, wenn sie denn vorgekommen waren oder gegen terroristische Aktionen eingesetzt worden. So, wenn man das also hört, wir können die Bundeswehr einsetzen im Inneren und wir können damit euch Bürgern öffentliche Sicherheit gewähren, indem wir terroristische Situation, also Situation katastrophischem Ausmaßes, niederschlagen oder im Zaum halten, dann ist doch erstmal jeder begeistert. Aber wir haben natürlich nicht umsonst ein Grundgesetz und ein Bundesverfassungsgericht. Und dann hat sie, Sie erinnern sich vielleicht, dieser Terrorakt in München war am 22. Juli, also fünf Tage nachdem sie das gesagt hat. Da steht natürlich zeitig kein Zusammenhang, aber es war kurz danach. Und dann hat sie in Antwort oder in Nacharbeit oder Nachlese zu diesem Terrorakt in München das nochmal wiederholt, hier ist aus der Zeit Online ein Zitat und wieder betont, ich habe Ihnen das hier fett ausgeworfen, dass das Bundesverfassungsgericht im Prinzip klargestellt habe, dass ein solcher Einsatz, wenn er dann vergleichbar ist mit dem in München, einen Einsatz der Bundeswehr, um die öffentliche Sicherheit zu gewähren, ermöglicht. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Ich möchte trotzdem aber auch noch Ihre Aufmerksamkeit auf das sagen, was sie hier aufwörtlich gesagt hat. Logischerweise, wir hoffen wir alle, dass es wie zu einem solchen Großszenario kommt und so weiter. Dann aber Paris, schöner Abwutpunkt, Paris hat uns allen die Augen geöffnet, kann auch keiner verneinen. Und dann, mir ist die Skepsis jetzt lieber als später der Vorwurf, wir seien nicht vorbereitet gewesen. Also, sage ich, dass eine Ministerin nicht für das deutsche Volk handelt oder sichert sie sich nur ab, ist das Ihre Intention. Auf jeden Fall ist mir das zumindest bei diesem Satz als erstes Aufmerksamkeit. So, ich hatte eben das Weißbuch erwähnt. Das Weißbuch, also das letzte ist am 13. Juli dieses Jahres erschienen. Ein Weißbuch kommt so, naja, alle 9, 11, 12 Jahre mal, wird das veröffentlicht. Davor war es gewesen, auch schon länger her, 96 glaube ich, also 94 nach der Wiedervereinigung, neue sicherheitspolitische Lage. Und dann das zweite Mal davor, nee, das war das letzte Mal davor, nach 9, 11, also nach 2001, nach dem Terrorakt in New York. So, und in diesem neuen Weißbuch, auf das Sie sich ja auch in diesem, was Sie nur leider nicht gehört haben, in diesem Videospot bezieht, heißt es, Streitkräfte können im Rahmen der Amtshilfe nach Artikel 35 Absatz 1 Grundgesetz eingesetzt werden, zur Amtshilfe. Das ist korrekt, kommen wir aber noch zu. Und dann heißt es, im Weiteren, lesen Sie hier, und das ist mit drin, Katastrophennotstand. Das heißt, es wird gesagt, der Artikel 35 Grundgesetz sieht die und die Fälle vor, und so steht es auch wörtlich drin, wir kommen auf diesen Artikel nochmal. Und dann steht im Weißbuch drin, Katastrophennotstand. Das steht nicht in diesem Artikel des Grundgesetzes, das ist nicht, das steht in Atokatastrophe. So, und Katastrophe, das ist gut, denn, brauche ich nachher nicht blättern, weil Zintaraz erwähnt. Aber diese, diese, diese bewusste, also man muss das unterstellen, das ist bewusst, Herbeiführung ist, Katastrophe, kennt jeder, kommen wir auch noch zu, normale Katastrophe, und jetzt auf einmal mit Notstand zu verbinden. Und das hier so einfach reinzuschreiben, in das Zitat dieses Artikels. Wenn wir mal politischer Verantwortung sind, was irgendwann und bald der Fall sein wird, hoffe ich, dass wir trotz aller politischen Willensbildung, die wir machen wollen, hier sauber bleiben. Ich würde es mir zumindest wünschen. So, und dann ist die Schlussfolgerung daraus, wie Sie es im letzten Absatz sehen, wiederum bei katastrophischen Schadensereignissen und wiederum nach der geltenden Verfassungswahl. Jetzt hole ich Sie mal kurz ab, bei den Aufgaben der Bundeswehr, die Sie höchstwahrscheinlich alle kennen, aber ich möchte das ein bisschen nochmal aufteilen und für Sie höchstwahrscheinlich auch dann wiederholen, damit wir zu der Schlussfolgerung eine gemeinsame, eine gemeinsame Ausgangstage haben. Also, unsere Streitkräfte, die Bundeswehr, 56 aufgestellt, hat einen sogenannten originären Auftrag, das ist bestimmt im Artikel 87a des Grundgesetzes, die Bundesrepublik Deutschland stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. So, nicht mehr, hat sich auch nie geändert, auch nicht seit 94, seit wir verwehrt in verschiedene Auslandseinsätze gegangen sind. Also, stellt Streitkräfte zur Verteidigung, nichts anderes. Dazu, und da sind noch zwei weitere Aufgaben, die zu den originären Aufgaben gehören, die Absicherung militärischer Anlagen und die Sicherheit für Luft und See. Und dann gibt es die sogenannten subsidiären Aufgaben, erkläre ich auch nochmal gleich den Begriff, die also im Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit kennen wir, und das Bild macht es ja auch deutlich, mit THW und Feuerwehr kennen wir, und dann steht da, wie man, was ich auch gerade gesagt hatte, bei Naturkatastrophen, schweren Unglücksfällen, zum Schutz kritischer Infrastruktur und bei inneren Notstand. Aber was ist innerer Notstand? Gut. Was werden wir weiter versuchen? Na, nicht versuchen. Das werden wir weiter klären. So, dass Sie, wenn ich das mal mit meinen eigenen Bildern hier zusammenfassen darf, eigentlich drei Bereiche machen. Den oberen, den Verteidigungsfall, also den originären Auftrag von der Streitkräfte und den subsidiären, den nachrangig wahrzunehmenden, das ist der des Katastrophenfalles und des inneren Notstandes. Die drei möchte ich jetzt schnell mit Ihnen abarbeiten. Der Verteidigungs- und Spannungsfall. In den gesamten 115er A fortfolgende Artikeln des Grundgesetzes ist das im Einzelnen geregelt. Also, wann ist der Verteidigungsfall? Was passiert dann? Die Befehls- und Kommandogewalt geht von Verteidigungsminister auf den Bundeskanzler über. Sie müssen sich jetzt also trennen von den im Moment aktiv tätigen Positionen in dieser Funktion. Das können ja auch mal andere sein. Geht also vom Verteidigungsminister auf den Bundeskanzler über. Und dann gibt es noch etwas Interessantes. Das ist dieser gemeinsame Ausschuss. Der macht durchaus Sinn. Denn es ist ja logisch, wenn eine Situation eintritt wie ein Verteidigungsfall, kleiner Klammersatz, es gibt auch noch den Spannungsfall, der kann auch noch erklärt werden. Das ist der quasi vor dem Verteidigungsfall mit der entsprechenden Vorwarnung und, und, und. Dann hat man Zeit. Dann wird auch nicht in der Regel dieser gemeinsame Ausschuss nötig. Aber wenn das dann mal zeitkritisch wäre, dann würde dieser gemeinsame Ausschuss dafür dienen, das Parlament zu ersetzen, bis es zusammenkommt oder bis es entsprechende Entscheidungen treffen kann. Der ist zusammengesetzt aus zwei Dritteln, also kleinerer, zwei Drittel Mitgliedern des Bundestages und ein Drittel der des Bundesrates. Wenn Sie die jetzigen Mehrheitsverhältnisse, so wie Sie sie kennen, so wie die Länder entsenden, in den Bundesrat, dann, ja, könnte man schon Bedenken bekommen, was die Zusammenansetzung dieses gemeinsamen Ausschusses betrifft. Mit der einzigen Ausnahme, dass da natürlich auch schon die AfD da drin wäre. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, mit wie vielen aus den Länderproports heraus, aber Sie sind ja schon dabei. So, das ist also der Verteidigungsfall und so und nicht anders steht es auch drin. Was ist die Realität? Für 1994, nachdem die Älteren mit mir unter Ihnen, können Sie sich erinnern, 1994, da hatten wir vorher den Adrie-Einsatz, da ging es um jeden Räumen. Und danach hat man gemerkt, Mensch, was wir hier machen, ist so durch das Grundgesetz nicht abgedeckt. Verteidigung ist ein bisschen was anderes. So, und dann kam man zu Lösungen, die will ich jetzt aber nur kurz anreißen, weil das ja nicht heute unser Thema ist, wie zum Beispiel, man stellt, man schließt sich ein System kollektiver Sicherheit an. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit so entwickelt. Und dabei ist herausgekommen, diese Einsätze momentan, wie wir alle haben, von der Vergangenheit, der ganzen letzten 22 Jahre mal ganz zu zweitens. 22, so vergeht die Zeit. Zurzeit haben wir rund 3.500 Soldaten im Einsatz. Das war, als wir ja zu Hochzeiten Afghanistan zum Bundeswehrkunde stationiert waren, noch wesentlich mehr. Aber einen Punkt möchte ich hier herausnehmen, um auch eine Analogie zum Grundsatzprogramm unserer Partei, der AfD, zu ziehen. Es sind hier Einsätze dabei, und dieser letzte hier, Anti-IS oder Counter-Dash, das heißt das gleiche wie IS, das Dash oder ISIS, der stattfindet mit dem Tornado-Einsatz über Syrien, von der Luftwaffenbasis Incelik in der Türkei aus, der ist aus einer, oder wird zusammengesetzt aus einer sogenannten Koalition der Willen. Das hat es schon öfter gegeben in den letzten Jahren. Sie haben den Begriff mit Sicherheit gehört, das ist dann weder ein reiner NATO-Einsatz, weder ein reiner UN-Einsatz, noch ein reiner EU-Einsatz. Da drüber, in der Kommandostruktur, da kann es dann durchaus UN oder NATO sein. Der Einsatz als sich ist eine Koalition der Willen, wie hier, Franzosen, wo andere dazu. In dem Parteiprogramm, wir haben es genannt Grundsatzprogramm, das wir im Mai dieses Jahres verabschiedet haben, steht eindeutig drin, die AfD will, dass Einsätze der Bundeswehr außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nur unter UN-Mandat oder NATO-Mandat, wenn sie dann nicht zur Sicherstellung der eigenen äußeren Sicherheit eingesetzt werden sollen. Das ist eindeutig. Ich finde das sehr gut, denn wir kommen in Situationen, in denen wir jetzt auch in Syrien sind, in denen wir zwar Flacke zeigen, aber nichts wirklich machen. So, das war ja nicht das Thema. Das war der originäre Einsatz der Streitkräfte. Das ist natürlich ein extra Thema, könnte man jetzt auch als NATO-Ost-Flanke und so weiter drüber sprechen. Oder nachher in der Diskussion können Sie mich auch gerne löchern. Katastrophenfall war eben der Punkt zweitens. Das ist die klassische Amtshilfe. Wir kennen in unserer Rechtsauslegung oder Rechtsauffassung die Amtshilfe, wir können die Rechtshilfe. Hier geht es also um Amtshilfe. Ich habe hier diesen Artikel 35 und hier sehen Sie es nochmal, es ist das Original, da steht nichts drin von Katastrophen und Notstand. Ich lese Ihnen aber nicht vor, während ich rede, haben Sie ihn ganz schnell durchgelesen. Hier wird ganz eindeutig abgehoben auf die Naturkatastrophe und es wird auch hier schon gesagt, aber das werde ich nachher nochmal wiederholen, es ist eine subsidiäre Aufgabe, das heißt eine Aufgabe des Bundes, wenn nicht andere Kräfte und Mittel dafür zur Verfügung stehen. Subsidiär heißt es nur, dass im Prinzip technische Hilfswerk und Feuerwehr und vergleichbare Organisationen diese Aufgaben bei Naturkatastrophen wahrnehmen. Nicht die Bundeswehr. Geht es darüber hinaus, Verkehrssicherung und so weiter, machen es die Polizei in den Ländern. Reichen die Polizei in den Ländern nicht aus, hilft die Bundespolizei. Und von der Abfolge her käme erst dann, wenn sie dann gefragt wird, deswegen Amtshilfe, Amtshilfe ersuchen, käme dann erst die Bundeswehr zum Tragen bei Katastrophen oder bei einer katastrophenähnlichen Situation, zum inneren Notstandkontakt. Zudass die zivilmilitärische Zusammenarbeit der Bundeswehr, das ist der Vollständigkeit halber erwähnt, zwei Bereiche umfasst. Das erste ist, wenn die Bundeswehr im Einsatz ist, nehmen wir mal den Fall Afghanistan, dann kann sie auch die Aufgabe wahrnehmen, hier Fett ausgeworfen ist, Aufrechterhaltung der Bewegungsfreiheit ziviler Akteure. Was ist damit gemeint? Es sind humanitäre Organisationen im Einsatz in Afghanistan und die Bundeswehr sichert diese Organisation, oder sichert sie ab oder unterstützt sie. Das ist mit Bewegungsfreiheit gemeint. Das ist nicht im mobilen Sinne gemeint, sondern im überkrankten Sinne gemeint. Und dann der, den wir im Inland haben, zur Unterstützung der zuständigen Organe des Bevölkerungs- und Heimatschutzes, die Sie alle kennen oder die ich schon erwähnt habe, die THW und so weiter. Aber subsidiieren, nochmals, wie ich eben 35 zitiert hatte, erst wenn alles andere an Kräften und Mitteln ausgeschöpft ist. Ich habe Ihnen versprochen, dass ich den Begriff Subsidiarität nochmal erklären will. Das ist hier der Fall. Und wie es schon abgeleitet aus dem lateinischen Wort sagt, es ist eine Hilfe, es ist eine Reserve. Sie kommt also erst dann zu tragen, wenn alle anderen Mittel erschöpft sind. So, und ein ganz wichtiger Satz ist der, der ist durch viele Regelungen in der Bundeswehr festgelegt, auch in einem sogenannten Ministerialblatt, nämlich, dass die Bundeswehr keine Ressourcen hierfür extra bereitsteht, sondern das, was Sie aus dem Haushalt, Kapitel 14, für den originären Auftrag, Deutschland stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, das beschreibt den Umfang der Streitkräfte nach Personal, nach Material, nach allen anderen Ressourcen. Und wenn Sie dann im Katastrophenfall Aufgaben wahrnehmen, dann subsidiär, das heißt mit den ohnehin zur Verfügung stehenden Kräften und Mitteln. Es dürfen keine Kräfte und Mittel dafür extra beschafft werden. Keine Fahrzeuge, kein Personal, keine Ausbildung, keine Übung. Das ist so häufig nicht bekannt, wie ich weiß. Deswegen möchte ich das betonen, weil es auch für die Ableitung nachher innerer Notstand für uns wichtig ist. Das ist der Grundsatz der Sozialität, wenn er dann durch staatliche Organe wahrgenommen wird und nicht durch die Hilfsorgane. So, kurz zur Eingliederung. Das sind die hellblauen, die Aufgaben, die wir eben schon gesprochen hatten, mit dem Einsatz im Ausland und was dort alles vorkommt. Hier haben Sie den zum Beispiel in der EU, bei der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die SVP und so weiter. Und dann steht in Wiesel, das ist aus einem Bundeswehrkonzept enorm, steht Beiträge zum Heimatschutz. Ich möchte nicht gerne durch den jungen Mann durch sprechen. Hätte ich schon mal kurz führen. Sonst noch jemand einen Wunsch? Einfach kurz aufzeigen, genau. Erschossen. Nee, trinkt das wichtig. Er ist gut, ne? Komm gleich noch mal. Ja, alles klar. So, also diese Abgrenzung, die hellblauen, die ich nebenbei erwähnt hatte, und das dunkelblaue, das ist eben halt das, was ich eben schon in einem Satz erwähnt hatte, der Heimatschutz, die subsidiäre Aufgabe der Bundeswehr, was mich dabei, zivil- und militärische Zusammenarbeit, Heimatschutz, als ich dieses Dokument gezogen habe, besonders bewegt hat, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dass dieser Begriff Heimatschutz in solchen Heimat überhaupt in solchen Dokumenten der Bundeswehr noch verwendet wird. Ich habe Ihnen bei unserer politisch agierenden letzten Monaten ja nicht gehört. Ich würde dafür was ausloben, wenn einige der Damen und Herren mal das Wort Heimat in den Runden. Habe ich nicht gehört. Gut, also Beiträge zum Heimatschutz. Wie ist das zu verstehen? Ich habe Ihnen hier Beispiele, die Sie alle aus der Vergangenheit kennen. Ich meine, die 62er Sturmflut, Sie hören sich leider meinen Dialekt. Ich bin Norddeutscher, ich bin Fischkopf, komm aus Flensburg. Ich habe es also wirklich erlebt. Darauf möchte ich gerne noch zurückkommen. Sie wissen alle, Helmut Schmidt ist damals unheimlich realisiert als Senator. in Hamburg, als er die Bundeswehr dort zur Hilfe geholt hat. War das eigentlich rechtens? Nein. Nein. Gut, es war nicht rechtens. Ich sage es, kläre es aber auch gleich nochmal auf. 62, die Bundeswehr hier einzusetzen, war eindeutig nicht verfassungskonform. Richtig? Ich kenne es. So, ich sage es, dann geht es. Und die anderen kennen Sie auch, dass das natürlich immer ein solcher Einsatz der Reputation der Bundeswehr unheimlich geholfen hat. Das steht außer Frage. Vor allen Dingen, wenn wir die beiden Fluten nehmen, die ja beide in den, auch die Elbe überwiegend in den neuen Bundesländern stattgefunden hat, hat natürlich auch nach der Wiedervereinigung auch zusätzlich geholfen, die Bundeswehr, da hatten wir ja auch immer noch die Wehrpflichtarmee, in das Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. Das ist auch in Ordnung und das ist auch richtig so. Das soll auch zukünftig so sein. Hier waren übrigens bis 45.000 Soldaten. Zivil-militärische Zusammenarbeit, so, das muss ich Ihnen jetzt sagen, weil das wird in dem Film von Frau von der Leyen so toll erwähnt. Sie spricht über Paris, Brüssel und spannt diesen Bogen so weiter und sagt genauso, unsere Flüchtlingshilfe, müssen Sie mir glauben. Vielleicht klingt es dann eher noch mal vorzuspielen. So in einem Bogen, das ist nicht ungeschübt gemacht, muss ich auf jeden Fall sagen, gehört natürlich nicht zusammen. Flüchtlingshilfe ist absolut Amtshilfe. Es wurde beantragt, dass das erst gemacht wird und hinterher beantragt wird. Nun, ist in Ordnung. Der Zweck einig die Mittel. Es war reine Amtshilfe. Die Bundeswehr kam hier zu einem Ansatz. Und weil ich das auch mal gefragt worden bin, nicht zur Grenzsicherung oder keine harten Faktoren, sondern weiche Faktoren, Aufbau der Flüchtlingsunterkünfte, Betten, Saubermacht und so weiter und so weiter. In der Hochzeit waren bis 9.000 Soldaten im Einsatz. Jetzt im Moment wird das abgebaut. Die Absicht ist es sogar, das bis 31.12. ganz abzubauen. Wie funktioniert das, diese zivil-militärische Zusammenarbeit? Es gibt diese Struktur in der politischen Landschaft, wobei ich auf diese Ebene kommen möchte, die der Landesregierung, also unserer Länder. Und sie wird gespiegelt an den sogenannten Landeskommandos in der Bundeswehr. Es sind deswegen nur 15, weil Berlin hat hier einen Sonderstatus und etwas anderes gemacht mit der Stadtkommandantur. Aber es sind im Prinzip 16 Landeskommandos. Und wenn so ein Einsatz kommt, korrespondieren die mit den Landesregierungen. Und dann werden Kräfte und Mittel bereitgestellt werden. Über die weitere Organisation brauchen wir jetzt nicht sprechen. Funktioniert. Wird auch mal in Stabsübungen und so weiter geübt. Und zwar, wenn wir also von diesem, ich wollte sie nicht hier anbauen, ist aber lesergeschützt. Wir haben das Bundesministerium in Berlin, in Berlin. Und diese Bundesoberbehörde, die ich Ihnen eben gezeigt habe, also die hier, das ist dann eben halt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Und das Zentrum für Weiterbildung und Ausbildung, das ist in Bad Neuenahr, das AKNZ, wie Sie hier lesen können. Das soweit zu der Organisation, gespiegelt mit der Bundeswehr und erbringt diese Leistung. Eine Besonderheit, weil sie neu ist, und dann schließe ich mit diesem zweiten Fall der Katastrophenhilfe ab, ist ein neuer Paragraf im Soldatengesetz, der sich auf Hilfeleistung im Inneren bezieht. Den gibt es erst seit drei, vier Jahren. Und der sieht vor, dass Reservisten beordert werden können, bis zu drei Monate, wenn eine Katastrophe eintritt, wenn ein Katastrophenfall eintritt. So ist es gedacht. Ach, Sie wissen ja, ich will überleiten auf den inneren Notstand. Das ermöglicht Reservisten zu beordern. Die haben also schon im Frieden, das ist ja sowieso, aber die haben diesen Mut auf, die wissen, dass sie beordert werden können, die haben sich freiwillig erklärt. Der Arbeitgeber gibt, ja, Sie haben was gelesen im Gesetz. Ja, ja, ich habe da was gelesen und zwar, ich finde es jetzt aber nicht, das müsste aber auch im Grundgesetz dran stehen. Und zwar habe ich dort gelesen, dass in, ich weiß jetzt nicht, ob das nur im Krisenfall ist, aber wenn Kriegseinsatz sein sollte oder auch bei Katastrophenfall oder wie die Frau von der Leyen meint hier, da steht drin, dass Frauen von 20 bis 55 Jahren, sollten in den Lazarett oder Krankenhäuser nicht genügend bedienstet werden können, können die Frauen herangezogen werden. Natürlich nicht mit Waffen, sondern dort eben zur Unterstützung. Auch in dieser regionalen Sicherungsdienst. Im Zivildienst. Ich weiß jetzt nicht... Ja, Zivildienst ist natürlich per Definition etwas anderes. Also Frauen quasi, dass die in Krankenhäusern, quasi wie, ich sage mal, während des letzten Krieges, da sind die Frauen, die sind ja auch eingesetzt worden, die mussten ja dann auch in Krankenhäuser helfen und so weiter. Also zivile Frauen, nicht jetzt... Nicht als so da. Nicht als so da. Das ist das Zivilschutzkonzept von Demisier. Ich meine, ich habe hier einen Punkt, ich finde es aber nicht im Grundgesetz. Ja, so bitte mit diesem Auftrag Bundeswehr hier ist es nicht zu verbinden. Nicht, aber es gibt das... Was ich sage, mit den drei Monaten da. Ja, das ist gleich der Grundgesetz. Aber es gibt das Zivilschutzkonzept des BMI. Das sieht all solche Dinge vor. Aber das Zivilschutzkonzept sieht auch so Dinge vor, wie Bevorratung von Verpflegung und so. Wie in den letzten Monaten, wenn mal auf einmal so ein Spuck aufkam, da sollten wir alle einkaufen und sonst was. Ich habe mir selbst heute vorgenommen, sachlich zu bleiben. Bei uns im Kreis sind die noch weiter. Bitte? Bei uns im Kreis sind die jetzt noch weiter. Sie haben ja von Tiong gehört, ne? Nee. Von diesem Kernkraftwerk, wo nur 3000 Risse drin sind. Ach so, hier, in Städien. Ja, 60 Kilometer von hier entfernt. Ich meine, das ist ja ein extra Thema, wenn wir über den... Über das gesamte Energiekonzept über neue Menschen. Über diesen Katastrophen da, ne? Die wollen also jetzt Jontabletten ausgeben, in der Infozeitschrift, ne? Das ist ja auch unsere Bundesregierung und unsere jetzige Frau Bundeskanzler gewesen, die, wie sich mal alle Atomkraftwerke abschalten wollte und es entschieden hat und wir brauchen nur mit dem Fahrrad bis dahin fahren. Nein, gut, aber ich soll ja mal mal nach unten fahren. So, dann leite ich auch schon über zum inneren Notstand, also zu dem dritten Fall. Sie sehen auf die Gesamtfolie, folgende nähere Aufgabe, Verteidigungsfall, Katastrophenfall und jetzt der inneren Notstand. Ja, da haben wir natürlich diese Situation gehabt am 22. Juli. Vielleicht, weiß ich nicht, ob es die schlimmste von all denen war. Ich weiß auch nicht, ob es schlimm ist, das zu nennen, was passiert ist oder ob es viel, viel schlimmer ist, das zu nennen, was noch alles passieren kann, weil die Notwendungen und Reventivmaßnahmen nicht vorhanden sind. Das mögen Sie aber selbst entscheiden. Also wir haben diesen Fall gehabt und dann hat am nächsten Tag die Frau von der Leyen Folgendes gesagt, und das war für viele überraschend, hier habe ich es aus der Zeitschrift Augen geradeaus, am nächsten Tag, dass, solange das Ausmaß dieses Anschlages, also das, was in der Mitte kursiv gedruckt ist, nicht bekannt war, war eine fältige Einheit der Bundeswehr in München in Bereitschaft versetzt. In Wirklichkeit war es auch viel, viel mehr. Es war nicht nur die fältige Einheit in Bereitschaft gesetzt, sondern es waren sämtliche Hubschrauberverbände unter dem Leitverband des Hubschraubergeschwaders 64 in Laubheim in Alarmbereitschaft versetzt. Sie hatte das kurz abgeschlossenen Geradinspekteur, der Geradinspekteur hat sein Go gegeben, er gibt immer das Go, wenn sie das sagt, und dann haben die diesen Bereitschaftsmodus entschieden. Die Frage ist, wann wären sie dann zum Einsatz gekommen und was hat sie dazu bewegt? Wenn Sie das nehmen, was ich Ihnen vorher schon zitiert habe, Sie hätten das Videospot gehört, im Videospot gehört, dann würden Sie wissen, dass Sie das sauber versucht hat herzuleiten, aufgrund der geltenden Verfassungslage ist das nötig bei inneren Notschlagen. Aber so ist es nicht notwendig, nicht möglich, meine Damen und Herren. Nun kann Sie, und das hat Sie auch getan, sich hinterher gute Ausreden und sagen, Sie haben die Kaserne nicht verlassen, Sie sind nur in Bereitschaft gewesen. Ganz unabhängig davon, Sie wissen, dass fähige Kräfte nehmen Polizeiaufgaben innerhalb der Bundeswehrwache, aber nicht außerhalb der Bundeswehr, wenn Sie sie nicht zu vergleichen, mit den Polizeikräften, so wie Sie kennen, aus den Ländern. Ich habe eine Frage, was sollten die denn machen sollen? Die Militärhoffrau, wollen Sie denn da eine halbe Stadtteilung schon nachgelegen? Also wenn ich Verteidigungsminister wäre, könnte ich Ihnen die Antwort geben, das wäre das gar nicht angeordnet, aber so müssen Sie Frau von der Leyen fangen. Ich weiß, ich kann es nicht sagen. Natürlich in Ableitung dessen, was sie gesagt hat, muss man davon ausgehen, als Verstärkung der Polizeikräfte. Wie immer das dann zu koordinieren ist, komme ich aber gleich nochmal zu dem... Echt? Nee, dann müssen wir es ja noch mal. Und damit sind wir bei den Notstandsgesetzen, Notstandsgesetze von 68. Und ich komme wieder zurück auf die Sturmflut 62 in Hamburg. Die Notstandsgesetze, manche denken ja immer so 68, erinnern sich an die Zeit oder wissen, was da auch passiert ist. Ich finde, bringen das vielleicht in Verbindung mit der 68er Bewegung. Das ist nicht der Fall. Die 68er Bewegung hat die... Die 68er Bewegung hat es zum Gegenstand genommen. Die Notstandsgesetze sind in der Tat ein Ausfluss gewesen der 62er Sturmflut. Und man erkannt hat, es war richtig, dass die Bundeswehr hier unterstützt bei einer Katastrophe. Naturkatastrophe, wohlgemerkt, Wasser, Feuer, Sturm. Aber es war nicht verfassungskonform, weil nicht abgedeckt durch das Grundgesetz. Und so kam es zu diesen sogenannten Notstandsgesetzen, die dann nochmal klargelegt haben, was der Verteidigungsspannungsfall, Grundgesetz, ist drin, ist nicht neu geworden. Was den Katastrophenfall anbetrifft, haben wir eben durchgeackert. Das ist aber hier erst entstanden. Und seitdem ist eben halt dieser Einsatz, der dann über Amtshilfe geregelt wird, verfassungskonform. Aber es hat dann auch den inneren Notstand aufgenommen. Die Intention 68 war die, eine Gefahr, Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Gruppe. Aber da ist schon die Wiege gelegen worden. Ist so. Ja, ich meine, die Zielrichtung ist ja eine andere, also diese Sturm von 62. Aber ich denke, dass das ja auch so ausgeht, dann wäre doch schon um politische Fragen, was die Notstandsgesetze haben. So ist es. Ich meine, auch 68. Ich weiß nicht, ob die, die ja demonstriert haben dort damals, Sie haben es ja auch, die Gleichsetzung mit den Ermächtigungsgesetzen aus der Weimarer Zeit, das war es, was du meintest, haben Sie ja durchaus auch aufgezeigt. Und Sie haben auch dann mit Sicherheit vermiesen auf den März 4, März 33, glaube ich sogar schon, als Adolf Hitler dann auch das erste Mal das Ermächtigungsgesetz, das übrigens aber aus der Weimarer Zeit kam, angewendet hat. Das war auch Gegenstart der 68er-Demo. Das tut mir nichts dabei. Ich denke, das Ermächtigungsgesetz sei von den Nazis. Nein, nein, das ist das der Weimarer Zeit. Okay. Auf dem Fall war ich mir nicht vorbereitet. So, also habe ich hier auch den inneren Notstand. Und er ist in der Ausführung, auch in 87a, aufgenommen worden, des Grundgesetzes, aber hier im Absatz 4. Hier ausgeführt, bei Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer. Da gibt es tausende von Kommentaren dazu, was damit gemeint ist. Wir haben in Deutschland ja nicht die Rechtsprechung und auch nicht Entscheidungen, die sich unbedingt nach der Historie richten, so anders wie zum Beispiel amerikanische Rechte. Aber trotzdem sehen die Verfassungsrichter heute immer dann, wenn sie so etwas zu beurteilen haben, und dazu kommen wir gleich, sehen sie natürlich auch den Zeitpunkt, zu dem so etwas dann durch die Legislative erstellt wurde. Also angefangen an 23 mal 49 Grundgesetz und so weiter, Bundeswehr 56, dann dieses, diese Notstandsgesetze 68, das hat natürlich was mit der jeweiligen Zeit zu tun. Ist ja logisch. Aber das ist dort reingekommen und das steht da drin. Wenn hier Bundesgrenzschutz steht, mag es sich das stören, es steht aber tatsächlich im Grundgesetz Bundesgrenzschutz noch drin, ist dann mit einer Fußquote versehen, dass es seit 94 dann Aufgabe der Bundespolizei ist. So ganz eben, aber es gibt einen wesentlichen Unterschied, Achtung, der Bundesgrenzschutz hat den Kompatantenstatus, also genauso wie unsere Armee, wie unsere Streitkräfte. Die Bundespolizei hat das nicht mehr. Zu Kompatanten komme ich gleich. Abschüss. Dann bin ich auf die Website der Bundeswehr gegangen, habe gedacht, die können wir noch was zusätzlich sagen, die Kameraden. Wenn ich sage Website, dann ist das natürlich immer eine offizielle Seite des Bundesministeriums der Verteidigung. Ich mache weiter, jünger Mann, Sie können mich jetzt auch was lernen. Dann ist das Bundesministerium der Verteidigung. Und insofern, die Streitkräfte sind ja nicht Bundesministerium der Verteidigung, sondern das Bundesministerium des Geschäftsbereichs des Bundesministers der Verteidigung. Und danach kommen erst dann die Streitkräfte. Das ist strikt voneinander getrennt. Deswegen ist das auch nicht unbedingt die Meinung von zum Beispiel General mit der Bundeswehr. Aber hier steht zu meiner großen Überraschung drin, zur Bekämpfung von sogenannten Aufständischen mit spezifisch militärischen Waffen. Ich habe jetzt hier ein halber Ding, aber ich brauche es ja nicht. Ich versuche es gar 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 nicht. Doch, es gibt es. Siehst du, das habe ich ja nicht. Also, Sie sehen es. Ich habe es wortwörtlich. Das ist die Website von BFG. Ich bin total überrascht mit spezifisch militärischen Waffen. Sonst wurde immer, müssen Sie mir jetzt einfach glauben, besprochen von spezifischen militärischen Fähigkeiten. Das ist ein Unterschied. Waffen suggeriert natürlich auch, dass es alles ist. Von Handwaffen bis zum Panzer. Suggeriert es zumindest. War ich sehr überrascht. Kommen wir gleich noch zu. So, und dann habe ich, gut, das wusste ich jetzt schon, was die Ministerin mit Geld in der Verfassungslage meinte, was sie auch in den Videos dort gesagt hat. Ich wiederhole, alles das, was wir jetzt machen, ist abgesichert durch die geltende Verfassungslage. Das waren Ihre Aussagen. Und hier spezifisch militärische Waffen. Da habe ich mir gedacht, das hast du auch irgendwo schon gelesen. Und bin mal reingegangen und habe recherchiert, was ist dann mit der geltenden Verfassungslage, die hier immer wieder zitiert wird und in den Interviews auch wiedergegeben wird, gemeint. Gemeint ist folgendes. Nach 9-11, nach 2001, New York, hat der damalige Bundesinnenminister Schilly die sogenannten Luftsicherheitsgesetze auf den Weg gebracht. Und Sie haben es ja gerade in diesem Film Terror von Waldo oder von Schirach, wenn Sie ihn gesehen haben, ich nicht, aber in diesem habe ich es. Also nicht zitierfrei, ich meine von Schirach. Wie heißt er denn? Ja, das fehlt jetzt. Siehst du, der hat so auch nicht. Okay, okay. Also in dem Film auch Terror, da ging es ja darum, was machen wir, wenn ein Luftfahrzeug entführt wird und eingesetzt wird als Waffe, um noch einen größeren Schaden anzurichten. Gegen dieses Gesetz wurde dann geklagt. Es ging bis zum Bundesverfassungsgericht. Die Bundesverfassungsgerichter hatten zu entscheiden und sie haben auch 2006 befolgt entschieden. Damals hatten die Richter also beurteilt, dass die Bundeswehr bei Einsätzen in den Kindern keinesfalls militärische Kampfwürde einsetzen dürfe. Und das gilt auch für die Bordwaffen eines Kampfflugzeugs. Ferdinand von Schirach. Ja, ja. Soweit, so gut. Dann ist das Ganze aber weitergegangen zu diesem Thema Luftsicherheit und es hat eine Entscheidung gegeben am 3. Juli 2012, in dem die Bundesverfassungsgerichter mit einer Ausnahme sich dahingehend erklärt haben, gut, die Sicherheitslage hat sich auch verändert in der Zeit von 2006 bis 2012, dahingehend erklärt haben, dass sie eben gesagt haben, nochmal wiederholt haben, den Absatz 4 und dann das nochmal wörtlich hervorgebracht haben, dass einmal der Unglücksfall bereits vorliegen muss, dass der Fall bereits eingetreten sein muss und dass es ein Eintritt eines katastrophalen Schadens, das war ja auch das Thema in dem Film, Terror im unmittelbar bevorstehen müsse. Und sie haben auch, das Zitat hatte ich eigentlich vorher schon, ja, hier muss ich es nochmal bringen, das ist ein Kommentar zu diesem Absatz 4, der dann sagt, es darf nicht davon ausgegangen werden, dass allein vereinzelte Anschläge in Deutschland allein schon ein ausreichendes Angriffspotenz gegründen, insofern, als dass die Bundeswehr dazu einzusetzen wäre. Das erleben Sie oder hören Sie oder lesen Sie in vielen dieser Kommentare. Ich komme wieder zurück auf die letzte Entscheidung, also der Unglücksfall muss bereits vorliegen und wie gesagt, Einzelfalltäter, Sie in München, am 22. Juli, sind nach goldener Kommentarmeinung davon nicht eingeschlossen. Ein Richter, der Herr Geier, ist sogar mit einem Sondervotum so weit gegangen und das meine ich, ist der Geschichtsrichterabriss von 49, 56 und er hat vor allen Dingen gesagt, die jetzige Entscheidung, also die, die das Plenum des Bundesverfassungsgerichts gefällt habe, habe Verfassungsrang. Was er damit sagen will, ist, man müsse im Prinzip, wenn man dann so vorgehen wolle und die Bundeswehr bei inneren Notstand einsetzen wolle, von einer Verfassungshinderung sprechen oder sie eben weiter beiführen. Es soll für mich dann überleiten zu der Frage oder für uns, ist die Bundeswehr im Inneren nun ein wirksames Mittel zur Terrorabwehr oder nicht. Ganz frisch nach dem Verteidigungs, äh, nach dem Weistum des Bundesministeriums der Verteidigung, das den Parlamentariern vorgelegt ist, habe ich mal vier Aussagen von verteidigingspolitischen Sprechern genommen. Einmal von dem Herrn Arnold, der ist ja selbst letzte Woche dazu in Berlin befragen konnte, er hat es bestätigt, ähm, dass aus Sicht der SPD die Schwelle zu einem solchen Einsatz unheimlich hoch sei, also im Prinzip nicht in Frage käme. Die Grünen sehen es als unnötige Debatte, die Linken zu fragen, ist an und für sich, die wollen die Abrüstung, sie wollen die Bundeswehr abschaffen, also das erübrigt sich eigentlich von selbst. Und der Herr Otto, Otto, Otto als verteidigingspolitischer Sprecher hat natürlich, nein, das muss man, muss man sagen, das ist Willfährlichkeit, logischerweise, von der Entrennbarkeit, von innerer und äußerer Sicherheit gesprochen und dann hat er im Weiteren ausgeführt, dass das eben den Einsatz der Bundeswehr begründet. Gründe. Das ist schlichtweg verkehrt. Das ist schlichtweg verkehrt im Hinblick auf den Einsatz bei terroristischen Loslagen oder im Inneren. wenn es dann ein innerer Durchstand ist. Ich selbst komme zu dem Schluss, dass es aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist, die Bundeswehr im Inneren einzusetzen, allein aus als gültiger Verfassungsrechtslage heraus, aus dem Grundgesetz heraus, einmal wegen des Trennungsgebotes nach Artikel 73, was die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ist und die der Länder ist und dann eben schon der von mir vorher zitierten Artikel 87a oder 35, die das klar regelt. Aber, da mache ich ein dickes Arbeit drum, wir haben natürlich einen Paradigmenwechsel, was die Wahrnehmung der öffentlichen Sicherheit anbetrifft, das ist die inneren, der öffentlichen Sicherheit. Und sie wird bestimmt dadurch, dass wir nicht nur schon Anschläge gehabt haben und sie auch erleben in Nachbarländern, sondern dass wir auch mit der Sorge leben, dass wir sie auch im größeren Ausmaß erleben können. Also muss die Frage in der Tat gestellt werden, ob dann, wenn die Kräfte, die wir zur Verfügung haben, also Polizei in der Länder oder Bundespolizei nicht ausreichen, die Bundeswehr unterstützen kann. Nach unserer Auffassung, aber nur dann und nur eindeutig dann, wenn auch die rechtlichen Grundlagen gegeben sind. Wenn sie dann gegeben sind, dann gibt es dazu nämlich auch Ausführungsbestimmungen. Weil, das was die Ministerin in dem Videospot sagt, selbstverständlich wird in einem solchen Fall die Bundeswehr den Polizeien unterstellen. Das geht nicht so. Polizeien, das kann sich aus dem Polizeigesetz entnehmen, haben die Aufgabe der Verbrechungsbekämpfung. Sie sind im Auftrag der Staatsanwaltenschaften unterwegs. Sie ermitteln, sie stellen Fälle dar und überstellen sie der Justiz. Streitkräfte, dazu gehört auch unsere Bundeswehr, sind Kompatanten und Kompatanten nach dem humanitären Völkerrecht sind sie zur Kriegshandlung berechtigt und das erlaubt ihnen, genauso wie dem Kriegsgeber, wenn er kompatant ist, die gezielte Bekämpfung und Tötung, das wird nicht gerne gesagt, meistens genauso ungern wie die Heimat, die gezielte Bekämpfung und Tötung der uniformierten Kompatanten. Und das ist eine ganz andere Situation. Ich will das gar nicht weiter erläutern. Sie alle können sich das gut vorstellen, dass die Polizei mit ihrem Auftrag gewählt, Polizeigesetz, und dahinter stehen jetzt Soldaten, die diesen Auftrag haben. Sie haben ja nicht nur diesen Auftrag, sie sind ausschließlich dafür ausgebildet. Das heißt, welche Aufgabe nehmen sie jetzt hinter der Polizei wahr mit ihrer Waffe? Nur Selbstverteidigung, die Polizei hat auch von allein das Sagen und die Befehle zum Kommandogewalt in diesem Falle, das ist ein Bundeswehrbegriff, Polizei würde sagen, Anordnung, glaube ich, das funktioniert so. Was ich damit sagen will, ist, ja, die Bundeswehr kann verstärken, wir haben diese Kräfte und Mittel, aber es gehört nicht nur zum Schutz unserer Bevölkerung, auch als Fürsorge gegenüber den Menschen, die für solche Aufgaben eingesetzt werden, dazu, dass sie auch entsprechend gesetzlich abgesichert sind, vorbereitet sind, und dass sie auch entsprechend dahingehend ausgebildet werden. Und das ist nicht einfach. Also so etwas so einfach zu machen, die fältige Einheit und Schauwerkräfte in Bereitschaft zu setzen und dann als Ministerin, vielleicht als Hardlinerin, als diejenige, die für nicht nur die äußere Sicherheit, sondern auch für die öffentliche Sicherheit im Inneren sorgt, so einfach geht es nicht. Kurz zum Abschluss, ein Blick über den Tellerraum. Wir kennen das ja alle, was andere Länder haben. Die Begriffe sind Ihnen ja bekannt. Urlaub Italien machen, Frankreich oder Portugal. Und sie treffen diese uniformierten Kameraden. Kameraden sind alles kompatent. Das ist nicht die reguläre Armee, aber es sind kompatent. In Frankreich zum Beispiel funktioniert das System der Gendarmerie nach Siewein so, dass die auch in der Laufbahn wechseln. Die sind mal in der regulären Armee, dann sind sie wieder in der Gendarmerie. Sie haben aber immer den kompatenten Status. Sie haben einen Unterhalt. Ich hoffe, die Gedanken kurz weiterzuführen auf diese regionalen Sicherungs- und Unterstützungskompanie. Sie haben das vorhin gesehen, Artikel 63 so dargesetzt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber nicht mit Reservisten, die dann irgendwann mal aus der Ansturlung oder vom Handwerkerplatz kommen und dann diese Aufgabe wahrnehmen, ohne entsprechend ausgebildet zu sein. Das heißt auch selbsthandlos. Darüber werden wir mit Sicherheit in Zukunft nachdenken müssen. Es ist eine Lösung und wenn andere Nationen und Nachbarländer damit gute Erfahrungen haben, warum sollen wir das nicht kopieren? Wir müssen das ja nicht rückteilen. So. Jetzt an dieser Stelle hätte ich Ihnen gern nochmal den Film vorgespielt und dann wäre meine Frage oder reiner Proponismus. Ich unterstelle das einfach mal, dass Sie mir folgen, so, dass Sie zu dem Ergebnis kommen, dass das, was dort veröffentlicht wurde im Juli, August, reiner Populismus ist, weil dahinter nicht die tatsächliche Regierungspolitik und das tatsächliche Regierungshandeln, das gegenüber den Menschen und Bürgern in diesem Land als gehörig anzusehen ist, erfolgt ist. Mein Abschlusssatz ist der, und darauf vertraue ich immer, und dass ich mal Tuscholzke zitieren würde, hätte ich nie gedacht, aber der ist ganz einfach. Es muss nicht jeder alles erklären können, und darauf sollten wir und wir, die AfD, uns verlassen. Wahrnehmung ist manchmal die Wirklichkeit. Das heißt, nicht alles erklären zu müssen, aber zu fühlen, dass was nicht richtig ist im Staat der Deutschland, das, glaube ich, die vielen von Ihnen, die Sie ja sowieso sitzen und mir zugehört haben, ohnehin, aber auch vielleicht für viele anderen, und dann, allein deswegen, sehe ich unsere Partei und unsere Ziele, politischen Ziele, auf einen guten und erfolgreichen Tag. Vielen Dank, dass Sie mir das waren. Vielen Dank, lieber Kollege Lukasen, für den hervorragenden Vortrag. Also, ich bin selbst immer wieder angetan und positiv überrascht, was wir in der AfD für einen Sachverstand haben, im Gegensatz zu Frau Merkel, die empfiehlt, die Flöte zu lernen. Das kann auch, das ist die Weihnachtliche, die Weihnachtliche, die Weihnachtliche. Das machen wir jetzt auch. Wir versuchen, hier vom Kreisverband, diesen Sachverstand auch immer Ihnen wieder in einer anderen Veranstaltung wieder nahe zu bringen, wieder neue Referenten einzuladen. An den Vortrag wird so schnell keiner rankommen, aber wir haben auch alle gute Leute und alle gute Themen und wir versuchen ja, unsere Stammtische in vierwöchigen Rhythmus einzuhalten und da werden wir schon den einen oder anderen noch einladen können und jetzt, denke ich, ist es Zeit, die Fragen zu beantworten, die sicherlich aufgetaucht sind während des Vortrages. Ja, da. Ja, ich hätte eine Frage praktisch mir stellen, das ist Ihnen nicht angesprochen oder gehört nicht zum Thema vielleicht. Das heißt, Einsatz multinationaler oder ausländischer Truppen im Inneren hier, hat EU-Recht. Da gibt es wohl EU-Gesetzgebung oder Gesetze oder auch Fortschriften, die das zulassen dürfen, wovor wir da Angst haben müssen. Das spricht zum Beispiel in Deutschland-Fürsische Verbände, entweder Polizeiverwände oder auch Soldaten. Das würde ich gerne fast tun, wenn Sie dazu was sagen. Wir haben multinationale Verwände sowohl in Deutschland als auch in den Nachbarländern aufgestellt. Insofern gibt es auch niederländische, vor allem auch französische Streitkräfte. Die deutsch-französische Brigade ist ja dabei die älteste. Mir ist aber nicht bekannt, dass in einem solchen Fall, wie ich Ihnen heute gesagt habe, diese Kräfte zum Einsatz kommen können. Sondern mir ist nur bekannt, dass sie ausschließlich für gemeinsame Einsätze, entweder EU-Einsätze oder wenn diese Kräfte der NATO-aksegniert werden, zum Einsatz kommen. Was im Übrigen ist ganz, ganz selten. Also, EU-Einsätze im Ausland. Aus und Haupt. Richtig. Waren Sie die Entscheidung? Machen Sie die Entscheidung. Genau, haben wir die Entscheidung. Ja, eine Frage noch zu der Anordnung von der Frau von der Leyen, die Bundeswehr in München in Alarmbereitschaft zu versetzen. Gibt es denn da nicht so eine Art Remonstrationspflicht seitens der Bundeswehr? Irgendjemand muss doch diesen Befehl auch ausführen beziehungsweise hätte denn sagen müssen, ist nicht verbefassungskonform, machen wir nicht. Also, das ist glaube ich auch in dem Film Terror von Ferdinand Scherer so diskutiert worden. Soldaten unterliegen gewiss Soldatengesetz, dem Hand zu gehorchen. Auch wieder so ein Begriff, Geräusche, Heimat, müssen wir wieder auffrischen. Aber es gibt eine Ausnahme, wenn der Befehl gegen die Menschenwürde verstößt, dürfen Sie ihn nicht ausführen. Da gibt es noch ein paar andere Sachen dazu. Nur hier war dieser Fall ja noch überhaupt nicht vorhanden. Also hier ist mit Sicherheit an dieser Stelle noch kein Soldat in Gewissenskonflikt gekommen. Wenn er dann dort gestanden hätte, hätte nicht entscheiden können, was ist das nun, das ist ja erst mal schon mal gar kein Kompetent, weil er keine Reform trägt, ist es nun Deutscher, ist es ein Ausländer, dann wäre es sicherlich ein Problem geworden. Und dann wird es auch in Zukunft kein Problem werden, wenn nicht die entsprechende Gesetzgebung dafür sorgt, dass die Verhältnisse klar sind. Da kam eben mehrfach Katastrophe schon vor Wochen. Wo ist das definiert? Oder wer entscheidet, was ein Katastrophenfall ist? Die Politik ist die Katastrophe. Das habe ich jetzt noch nicht am Fall. Aber wer entscheidet, dass es jetzt eine Katastrophe ausfällt? Das muss doch auch verstehen. In wessen Bereich Es heißt immer Katastrophe und besonders schwöre Unglücksfälle und ich gebe dir recht, das scheint nicht genau definiert zu sein, weil man nämlich jetzt bei TAR, den Terroristen, nein, Terrorakten spricht, von Ereignissen katastrophischen Ausmaßes. Ich glaube, ich hätte es auch auf einer Noten gesagt. Da macht man so diesen Übergang. Das ist nicht definiert. Das ist nicht definiert. Dann kommen wir eben zu der Situation, dass ich wieder Bundesverfassungsgericht vielleicht irgendwann damit beschäftigen muss. Also die Frau Merkel, das kann es noch im Tränen zum Katastrophenfall erklären. Da weiß es nicht selbst. Ja, ich wollte mal nachfragen. Ich habe hier dieses Weißbuch und auf Seite 92, da steht dann Heimandschutz, nationale Krisen und Risikoversorgung und subsidiäre Unterstützungsleistungen in Deutschland einschließlich Hilfeleistung in Fällen von Naturkatastrophen, schweren Unglücksfällen und bei inneren Notstand sowie Amtshilfe Beiträgen der Terrorabwehr im Rahmen der verfassungsmäßigen Voraussetzungen. Also ich muss Ihnen sagen, ich habe die Befürchtung, wenn noch mehr Leute auf der Straße gehen und demonstrieren, dass man auf sowas dann zurückgreift. Können Sie dazu etwas sagen? Also das, was Sie jetzt zitiert haben, ist ja im Prinzip das Peter einher mit dem, was ich auch da mit diesen Übergang, diese Befürchtung, die Sie haben. Ich sage es mal anders. Ich hätte früher, als ich mich entschieden habe, noch mal mich politisch zu betätigen in der AfD, etwas anders kam mich in Frage, habe ich nie an Verschwörungstheorie gegangen. Als ich damals Kennedy-Morde, wir sind jetzt wieder Anfang der 60er Jahre, und immer über Verschwörungstheorien gesprochen wurde, Sie müssen mich jetzt persönlich fragen, das ist klar, bin ich nie auf die Idee gekommen, dass sowas möglich ist. Weil ich mir sage, bei so etwas müssen immer sehr viele Menschen beteiligt sein. Von den Entscheidern bis zu den Ausführern. So etwas geheim halten zu können, hielt die schlechterdings immer für unmöglich. ich komme jetzt mal und gebe mich hier weg. Ich komme jetzt mal. Gernot, wollte ich das sagen? Gernot? Ja, erstmal jetzt zurückfragen, wenn ich jetzt bei Terrorbekämpfung militär einsetze, was hat das denn für einen Sinn? Ich als normaler Soldat, ich weiß ja gar nicht, auf wie ich da achten soll. weil ich kann ja nur das proben, wenn ich hier drüben kriege, den weiß nicht, wo drauf ich ballern muss. Aber das liegt ja wenn ich den einsetze, wo ich das war, ich war, das kann auch vollkommen recht, wer so etwas fordert, muss die Voraussetzungen schaffen. Das fängt von oben an, wie du mit dem Fisch, das fängt von oben an, man muss die Voraussetzungen schaffen, die gesetzgeberische Voraussetzungen, wenn man die geschaffen sind, dann kann man entsprechend ausbilden, bis der Letzte sogar dann auch Handlungssicherheit hat. Das ist nicht der Fall. Sie haben vollkommen recht. Ich denke, man würde mich da abstellen, vor dem Rathaus, da ist ein Terrorist rum. Aber Achtung, wer ist für mich denn jetzt ein Terrorist? Das hätten sie ja gemacht. Ja, alles gemacht. Was soll ich denn machen? Auf einen normalen Lörer schießen? Was hätten die Feldjäger machen sollen, die sich in München im Bereich auf Gesetz hatten? Die sind für die Verkehrsregelung zuständig, wenn Freiköpfe marschieren. Und sie sind im Übrigen, vielleicht kann ich das bei dieser Gelegenheit erzählen, sie sind überwiegend im Personenschutz eingesetzt, das weiß man halt. Und sie kennen ja vielleicht noch alle den Fall meines Kameraden und auch Freunden des Kamerais, der Name ist ja vom damaligen Verteidigungsminister Gutenberg, die am selben Tag noch im Parlament gesagt worden, klein, der jetzt mittlerweile Gott sei Dank Regal General ist, er wird heute noch wie lange ist her? Fünf Jahre durch Feldjäger geschützt und seine Familie auch. Eine gesamte Feldjäger Kompanie ist immer noch zum Schutz des Kameraden Klein und seiner Familie eingesetzt. 24 Stunden sieben Tage. Das muss man sich vereint sehen. Warum? Weil er noch immer die entsprechende Anfeindung von dem kommt. Kondos ist so da. Danke . Weiter? Wolltest du was sagen? Ich denke, es ist ja besonders prekär, wenn wir jetzt mit der Abgeschafften Wehrpflicht, zumindest mit der Stilllegung der Wehrpflicht. Ich meine, die Wehrpflichtarmee ist ja im Zweifelsfall immer noch eine demokratischere Armee, weil sie mehr im Volk verankert ist. Also wenn wir eine reine Berufsarmee haben, dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass die Höhung dieser Armee gegen die Bevölkerung einzusetzen, viel geringer ist, als wenn man eine Wehrpflicht hat. Wer schon Bauern so schießt und auf seine Familie geht? Geben wir so laufen, oder? Das heißt man nicht vorher, aber... Naja, Grundsatzprogramm der AfD, wir wollen die Wehrpflicht wieder einsetzen. Genau. Andreas? Ich habe eine Frage, jetzt war ich ja nun mit der Bundeswehr auch in relativ vielen Auslandseinsätzen und mal völlig losgelöst von der Frage, ob das jetzt Kombatanten sind oder ob das Grundgesetz es deckelt, dass Soldaten innerhalb der Republik Aufgaben übernehmen, stellt sich mir halt die Frage, von welcher Anzahl, also von welcher Personenanzahl reden wir eigentlich, die die Bundeswehr zur Verfügung stellt, wenn ich weiß, dass ein großer Teil der Bundeswehr tatsächlich logistische Aufgaben übernimmt, sanitätsdienstliche Aufgaben übernimmt, Feldlazarette baut, Pionierarbeiten baut, wenn ich mir also die Auslandseinsätze KVSVI vorangucke, dann sind das ja vor allen Dingen im Zuge der ich warte auch kurz, weil ich auch nicht durch die Bedienung durchsprechen mag, dann sind das ja vor allen Dingen Dinge, die ich hier nicht brauche, also wenn wir jetzt einen terroristischen Anschlag in Aachen haben, dann ist das Universitätsklinikum mit Aachen ja schon da, das muss die Bundeswehr nicht bauen und um von Köln-Bahn nach Aachen zu kommen, muss ich auch nicht mit einer Hubschrauberstaffel verlegen, sondern die Autobahn, die ist nicht gut, aber es reicht schon irgendwie. Also von welcher Anzahl, von wie viel Manpower sprechen wir eigentlich, die die Bundeswehr redlich, der für die innere Sicherheit abstellen kann, die auch was anderes tun können, als Kürten bauen oder Krankenhäuser aufbauen. Das sind überwiegend die antristischen Kräfte und die Spezialkräfte, die aus meiner Meinung nach für sowas in Frage gehen, diese Frage ist ja überhaupt nicht beantwortet, die gibt es ja gar nicht. Aber es geht nicht nur um die Kräfte, sondern Fähigkeit drückt sich ja auch aus durch Prozesse, durch auch Zeit, das heißt, wir haben ja gar keine Alarmierungszeit mehr, wie wir es auch aus Zeiten des Kalten Krieges kennen, das gibt es ja gar nicht. Das heißt, es müsste dann, wenn man so etwas wollte und die Voraussetzungen schafft, gehört zu den Voraussetzungen auch, eine Rahmbereitschaft, es gehört ein Plan dazu, wie diese Kräfte dann verlegt werden, sind ja in der ganzen, in ganz Deutschland diskutiert und, 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 die Frage ist absolut berechtigt, jetzt gibt es darauf noch keine Antworten. So, wer hat noch eine Frage? Ja, ich habe da noch eine Frage, und zwar, wir haben ja jetzt gesehen, da ist ja dieser Fall gewesen mit diesem Selbstmörder, der war ja sowas von krass, also, erst mal, die haben, wussten ja von dem, die haben den laufen lassen, dann haben sie ihn gefangen genommen und dann war der in der Lage, sich umzubringen. Und wenn ich dann auch noch höre, nebenbei gesagt, ja, wir konnten ja nicht ahnen, dass ein Selbstmörder sich gefährdet ist, da fällt mir nichts mehr ein, aber jetzt mal auf den Punkt zu kommen, man sieht schon daran, dass überhaupt nicht, ob das die Polizei ist, oder überhaupt die Beamten, die da tätig sind jetzt, oder auch die Bundeswehr, darauf geschult werden, überhaupt mit dieser Situation fertig zu werden, mit diesen Leuten umzugehen, weil, ich glaube, einer, der wirklich, wie du jetzt, warst du ja im Auslandeinsatz, ich weiß jetzt nicht wo, aber hier, wenn man im... Ich war bei der Luftwaffensanität, also wenn wir nicht wissen, fragen wir ja sagen, das ist eigentlich uniformierter Zivildienst, ja? Aber wenn ich jetzt... Aber das ist schon tapf! Wenn ich jetzt die Soldaten, also unsere Jungs sehe, die jetzt in Afghanistan sind, oder am Kunduz, oder wo auch immer, die Leute, die sollte man mal zurate ziehen, wie man überhaupt mit denen umgehen muss, wo man darauf achten muss, das sollte man vielleicht mal machen, weil die Leute, die sind hier total ungeschult, die haben überhaupt keine Ahnung, die laufen hier quasi rum wie andere Verbilden, die haben keine Ahnung von sowas, von normalen Straftaten, ja, aber die wissen nicht, mit solchen Leuten umzugehen, ne? Das ist natürlich ganz, ganz schwieriges Fakt. Wir hatten den Balkaneinsatz 96 bis 98, ich war damals im Ministerium, ging um den Einsatz von Hubschrauberkräften und dann kriegten wir Rückmeldungen, da war zum Beispiel dieser eine Fall, der ist dann auch mal verfilmt worden, das sind ja keine Kompetenten, dass irgende und herren Kräfte wir würden jetzt sagen Terroristen, Kinder, anders muss ich sagen, es war ein Posten mit deutschen Soldaten, also auf dem Marktplatz, der eine bestimmte Linie mit absichern musste und aus dem Wohnhaus heraus wurden zwei Kinder geschickt, so, die haben zwischen dem Wohnhaus Entfernung zum Posten zwei oder 250 Meter haben in der Mitte gespielt und die beiden haben sich dann unterhalten, wie sollen sie damit umgehen, sie müssen die Waffen jetzt mal anders richten und so weiter und dann wurde aus dem Haus heraus auf diese Kinder geschossen, in die Beine, ein Kind war dabei, zu verbluten, das war klar zu sehen und die beiden Soldaten wussten nicht, was sie machen sollten, es passierte gar nichts, sie waren ja, durften ja nicht nach ihrem Beruf auf dem Geldschirm ihren Posten verlassen, sie haben gefunkt und so weiter und es wurde immer wieder gesagt, nein, Posten nicht verlassen. Ein Soldat ist dann ja aber, er hat es nicht mehr mit seiner Erziehung, die wir erzogen sind, ausgehalten und ist rausgelaufen, um das Kind zu bergen und ist dabei getötet worden, ist also gefallen im Einsatz. Das war der Grund, warum wir das Kind angeschossen haben. Damit will ich genau auf Ihren Punkt kommen. Es ist eine ganz andere, wenn man es gelinde sagen würde, Mentalität, aber es ist ja noch viel, viel mehr. Es ist nicht nur die Kultur im Frieden, es ist auch die Kultur im Krieg, die eine ganz, ganz andere ist. Und darauf sind mit Sicherheit weder unsere Polizeikräfte und auch Soldaten eingestellt. Selbst wenn sie, und ich nehme ihre Aussage, diejenigen, die diese Kriegserfahrung haben, auch unsere Soldaten, hinzugezogen werden könnten oder beraten sein wollen, sie sind ja immer in dem Spannungsfeld, dass sie in einer ganz, ganz anderen Erziehung in Deutschland groß werden, die Bundesrepublik Deutschland stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Der Gedanke, der dahinter steht, ist ja auch zutiefst ethischer, wir verteidigen unser Vaterland und nicht mehr als das. Und das geht dann im Wissen und Leiden Fall, wie Sie sagen und ich Ihnen skizziert habe. Meine Antwort ist, im Prinzip können wir es. Im Prinzip können wir es. Und dann müssen wir unsere Exekutivkräfte ganz, ganz anders ausbilden. Noch mehr mit der Bereitschaft zum Töten. Herr Trockenburg. Ja, jetzt vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten, die Sie genannt haben, nicht sinnvoll, politisch darüber nachzudenken über den Bundesgrenzschutz, also Rückführung der Bundespolizei in den alten Zustand, Aufrüstung des Bundesgrenzschutzes, Rückführung in die alte Aufgabe des Grenzschutzes, der ist über den Haar. Das wäre ja vielleicht mit Bayern, die Bayern haben ja früher die Außengrenzen selbst beschützt, das wissen auch ganz wenige. Es gab die deutsche Kassenpolizei, die hatten auch mal sehr lange Tätigkeiten, da hatte der Grenzschutz nichts zu bestellen in Bayern. Ja, was soll ich denn auch sagen? Ich meine, Sie kennen ja die Meinung, der ist ja politisch verantwortlich. Der Bundesgrenzschutz ist 1994 abgeschaffen worden, wir haben Schengen, es werden keine Grenzhäuser errichtet, wir haben den Vorteil, wenn wir die Grenzer jetzt fahren, dass die in Österreicher das jetzt gerade alles wieder neu baut, aber die Deutsche nicht. Unsere Regierung macht es nicht. Also wenn die AfD in die Ausfahrung... Ja, aber da müssen wir ja auch von oben anfangen, wir müssen sagen, was machen wir? Sind wir weiterhin bei dem Europa, dem gemeinsamen Europa, ohne jetzt die zentralistische Regierung aus Brüssel zu meinen, sondern sind wir weiterhin in einem gemeinsamen Europa, schützen wir unsere Außengrenzen? Wenn die Antworten leitet, nein, wir wollen uns in den Grenzen schützen, jedes Land für sich. Da bin ich, in dem Prozess bin ich mit der AfD, bin ich da noch nicht fertig, weiß ich nicht, wo wir dahin kommen würden. Ich persönlich, wenn Sie mich persönlich fragen, würde mir wünschen, dass wir nicht zurückkommen müssen zu einer ausschließlichen Absicherung des Nationalstaates nach Kost. Aber es ist ein Tatsache. Das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert. Ja, das ist ein Tatsache. Aber es ist ein Tatsache. Eine Verständnisfrage. Du hast vorhin eine Folie gehabt, Feststellung des Verteidigungsfahres. Du musst der Bundestag zusammenbrechen und Teile des Bundesrates. Aber das kann doch nur aus Zeiten, sagen wir mal, bis 19. Jahrhunderts stammen, wenn man feststellen kann, da rotten sich irgendwelche Truppenteile des Gegners zusammen. Dann tritt halt der Bundestag zusammen. Bis die an der Grenze sind, haben die auch einen Beschluss. Aber heute dritten auf den Knopf, dann kommen Raketen und dann zuerst der Bundestag zusammen und treten. Wie ist das denn? Also erst mal müsste man ausgehen, selbst wenn jemand auf den Knopf drückt, dass wir einen Spannungsfall feststellen können. Wenn wir das nicht können, gibt es natürlich auch noch diesen gemeinsamen Ausschuss, den ich nannte, der sofort zusammentreten kann, bis das Ballang jetzt zusammen. Das ist doch für die Tonne, so ein Zorschrift. Für den Fall, dass wir wirklich einen Spannungsfall nicht erkennen können, sondern irgendeiner auf den Knopf drückt und erzählt, wie das passiert, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt im Irrtek oder brauchen wir uns keine Ahnung. Also juristische Gedankengänge sind mir ja sehr sympathisch, aber mir ist es ein bisschen zu juristisch. Vielleicht sollten wir uns zunächst mal überhaupt klar darüber werden, was für ein Bedarf besteht überhaupt von einer Terrorabwehr. Haben wir zu wenig GSG 9? Terror ist das Vorstrenger, dass wir Terror in allen 16 Bundesländern haben und Straßenkämpfe mit IS-Verbänden, das ist doch relativ undenkbar. Also der eine, ob wir ihn befriedigen können, und womit. Absolut. Ich meine, der eine Vorsitzende der Polizeigewerkschaftskreise, welches es ist, aber der erwähnt, wenn man sehr öffnet, weil es sich auftritt. Bitte? Die Polk, die deutsche Polizeigewerkschaftskreise. Okay, danke. Der hat es ja ganz klar gesagt. Die Polizeikräfte reichen aus und wenn sie jetzt nicht ausweichen, dann sind sie ja entsprechend aufzustocken und entsprechend qualifizierte auszufüllen. Also von da kommt ja keine Forderung von den Bundesländern. Das heißt, das ist ein Forderung. Ich meine klar, dass er sagt, die Polizei kann das selbst, im Notfall wird aufgestockt, das ist ja alles Interesse, eine Gewerkschaft. Die argumentiert ja auch aus der Position eines Gewerkschafters. Also ich könnte dem vorstücken. Die Polizei ist ständig im Einsatz, sie ist vor Ort, sie ist verteilt. Ja. Warum reden wir dann über Einsatz in den Händen? Warum überhaupt? Ich meine, bei Überschwemmungen und so weiter, okay, ja, dann schleppen die Säcke die Bundeswehr. Also unsere Bundesregierung es ganz massiv in die öffentliche Diskussion gebracht hat, Frau von der Leyen sich als Hardlinerin darstellt und aber, wenn wir Verschwörungstheoretiker sind, wir vielleicht zu der Mutmaßung kommen, können das noch mehr rechterstehen. Ja, was? Also Einsatz gegen die rechten Kräfte heißt das dann. Also das ist die, 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 praktisch die Geschütze nach innen hin, nach innen hin, also kürzlich nach innen hin. Ja, das muss sich jeder machen. Walter? Ja, vielleicht würden wir uns ein wenig daran gewöhnen, dass das mal Normalität sein kann. Das wäre in die dann eingesetzt. Ja, könnte. Ja, in welcher Form, was halt? Gegen Pegida, oder was? Gut, das wäre heute. Ja, ich meine, muss ich mir mal vorstellen, Europa, was sagt ein Europa dazu, wenn wir gegen Pegida, Bundeswehrverbände einsetzen, aber schon, das ist der ganze Laden. Aber auf jeden Fall, egal, das ist doch keiner gesagt worden. Wie ich eben nicht falsch verstanden habe, bin ich der Meinung, wir sind polizeilich überhaupt nicht mehr richtig aufgestellt. Wir haben viel zu wenig Polizisten und das Schlimmste daran ist überhaupt, früher hatten wir unseren Ortsteilpolizisten in Köln, jetzt ist der, der ging ja morgens an den Schulen vorbei und sowas, die sieht man nicht mehr. Und das Schlimmste finde ich, ist auch noch, dass die Polizisten meinen Respekt mehr erfahren. Ich glaube, der da stand, ja, die haben auch die Ausgabe, die müssen ja auch mit Respekt, das ist keine Anführungsmaßnahme. Ich finde, wir sind nicht richtig aufgestellt bei der Polizei. Nein, es geht um diesen einzelnen Terroramt. Das ist was anderes. Die Sandlage geht ja forträumlich. Das ist so. So, der Markus wollte auch noch was sagen. Ja, bezüglich Kräfteanforderungen für zum Beispiel, ich bin bei der Bundespolizei beschäftigt, deswegen könnte ich jetzt sagen, wenn man jetzt die Grenze schützen wollte, das heißt also, wenn man sagen wollte, ab morgen müssten wir die Grenzen zumachen. Rings um Deutschland bräuchten wir 18.000 Beamte mehr, die wir nicht haben. So, dann könnte man sich natürlich vorstellen, warum die Regierung vielleicht jetzt die Bundeswehr ins Gespräch springt so unter Motto, weil wir alle sagen, die Grenzen können wir gar nicht mehr schützen, weil wir gar nicht mehr genug Personal da haben, weil es immer stetig, stetig abgebaut wurde, um dann quasi den Levin ruhig zu stellen, wird dann vielleicht von der Sonderline in die Barkschale geworfen, aber wir können ja die Bundeswehr gebrauchen dafür. Also, ich sag jetzt mal, die Grenzen können wir, selbst wenn wir es wollten, könnten wir die morgen nicht schützen. So viele Leute hätten wir gar nicht. Und, ob die Bundeswehr dafür geeignet ist, durchaus, könnten die natürlich die Polizeikäfte verstärken, aber, da würde ich mich auch voll anschließen. Ja. Schauen Sie los. Ja, ich hätte aber eine Frage, und zwar, diese asymmetrische Konfrontation, die bündete uns doch eine Debatte auf, die wir, wenn wir nicht, also sehr rigoros umdenken, gar nicht so auflösen können. Also, wir haben ja heute schon gesehen, wie viele Widersprüche es gibt, und wie schwer da in diese Materie reinzusteigen ist. Einige Frage an Sie ist, inwieweit sehen Sie es als sinnhaft an, dass reguläre Kräfte gegen irreguläre Kräfte eingesetzt werden? Und ist nicht vielleicht eine Lösung, selber irreguläre Kräfte zu schaffen? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. Im Einsatz Ausland gibt es ja diese Situation. Und da ist sie auch geregelt. Da gibt es sogenannte Rules of Engagement, und man sagt, wenn ein bestimmtes Verhalten eines Gegners auftritt, dann reden wir von einem Feind, der bekämpft werden kann. Das sind die sogenannten Rules of Engagement. Da geht es. Aber man selber ist ja unifiziert, und dadurch macht man sich ja zur Zielscheibe. So ist es. Deswegen ist ja auch diese asymmetrische Kriegsführung eine ganz, ganz, ganz schwierige, zermürbende. Sie wird ja vor allen Dingen dann auch im urbanen Raum, also in städtischen Ansiedlungen, geführt. Und wenn Sie mit einer Panzergarnadierkompanie in eine Ortschaft reingehen, und da sind Sniper im Haus verschanzt, oder Sie benutzen sogar, wie wir das ja nun durch einige Pressemeldungen dann doch schon mal erfahren haben, Krankenhäuser oder Schulen, um sich entsprechend zu schützen, oder Munitionslager dort unterzubringen, dann sind wir mit unseren, mit unserer Erziehung und Ausbildung, dann stoßen wir ganz einfach an Grenzen. Wir stoßen an Grenzen. Wir sind demokratisch erzogen. Unsere Soldaten, unsere Polizei haben auf Basis dieses Demokratieverständnisses eine andere Erziehung. Sie stoßen da immer an Grenzen, eindeutig. Darf ich noch eine kleine Sache fragen? Und zwar, ich meine, es gibt ja Staaten, die haben sehr viel mehr Erfahrung mit dieser asymmetrischen Kriegsführung. Inwieweit arbeiten wir mit denen zusammen und können wir dann noch die Zusammenarbeit intensivieren? Gegenfrage, welche haben denn erfolgreiche Erfahrungen mit Ausbildung? Ich kenne einen Staat, der sehr gute Erfahrungen damit hat und sehr erfolgreich ist und auch gegen die menschlichen Schutzschilde vorgeht. Also, indem er Flugblätter abwirft und wenn nötig auch, weil man die Bilder nicht gebraucht hat. Diese Erfahrungen werden gesammelt. Allein durch gemeinsame Einsätze mit den Amerikanern, sei es in Afghanistan oder mit den Franzosen in Mali, diese Erfahrungen werden gesammelt. Aber es gilt wie im wirklichen Leben und wie wir es alle kennen, echte Erfahrungen bekommst du nur, wenn du es selbst mal gemacht hast und nicht, wenn du es immer nur theoretisch machst. Man muss da rein. Wir diskutieren ja gerade darüber, unsere Streitkräfte und unsere Polizei aufzurüsten. Der Ansatz ist doch nicht der falsche. Man müsste das Problem abrüsten. Ja. Wir werden jetzt von 18.000 Soldaten, die uns wählen, im halben Jahr fehlen uns 25.000. Da muss man, wie gesagt, der Problem, wenn man ja Wurzel anfasst, dann ist nicht unsere Streitkräfte aufzurüsten. Wir brauchen keine Bundeswehr, die unser Land verteidigt, wenn man eine vernünftige Regierung wieder versorgt, dass man hier in dem Land normal leben kann. Ich habe diesen Film-Terror auch nicht gesehen. Aber so wie er sich mir dargestellt hat oder was ich gelesen habe, kommt mir das so vor, als ob man jetzt gerade so auf diesem Wege so populistisch versucht, diesen Einsatz der Bundeswehr im Inneren da so ein bisschen schon schmackhaft zu machen und zu lancieren. Vorzubereiten. Vorzubereiten. So mal in den Gedankengang zu bringen, dass das möglich wäre. Also ich werde ihn sicherlich noch mal angucken. Aber das, was ich so gehört habe, ist eben einfach die Vorbereitung des Einsatzes der Bundeswehr im Inneren vorstellbar zu haben. Nein, da muss ich Ihnen recht geben. Weil Sie haben es auch an dem Aufbau gesehen, nicht vom Weißbuch über einzelne Zitate, Interviews und dann sogar auf der Website der Bundeswehr, des Bundesverteidigungsministeriums. Da spricht einiges dafür, dass man in welcher Qualität und Dimension auch immer hier nach dem Motto, Sie hatten es ja auch gesagt, steht der Tropfenblut in Stein. Meine zweite Frage wäre jetzt, die Frau Merkel sagt immer, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Also das hieße ja, irgendwie IS bekämpfen, in Syrien, das geht ja hauptsächlich jetzt in Syrien. Tatsache ist aber, dass genau das Umgekehrte passiert, dass die nämlich versuchen, diesen Assad um jeden Fall wegzuhaben. Und dass ISIS und diese alle heißen, ja eigentlich Konstrukt ist, von den USA finanziert werden, von Saudi-Arabien beliefert werden, von der Türkei, das ist also genau umgekehrt der Fall. Und wenn man dann sagt, ja, die Daten unserer Tornados, da sollen weitergegeben werden, an die ISIS und so weiter, dann frage ich mich doch, auf welcher rechtlichen, fragwürdigen Basis das geschehen soll. Also die Aufklärungsergebnisse unserer ECR-Tornados, die von der Türkei aus fliegen, die werden an das NATO-Quartier in Katar gegeben. Schon mal in Katar, eins oder eins da oben waren. Ob das ja in ISIS gegeben werden, ist mir jetzt nicht gelesen. Aber ich habe es gelesen. Man möchte die sogar mit Flugabwehrraketen bewachen. Also Sie müssen mal sehen, wie viel die tatsächlich im Einsatz sind. Wenn die Russen den Luftraum nicht freigeben, dann können die weiter Skat oder Doppelkopf stehen. Da haben Sie keine Chance. Aber da sind ja jetzt die Augen locker, die müssen ja auch wieder festgezogen werden. Ja, diese Schrauben auch. Ich habe heute gefragt, ich muss das nur reden. Also wir haben die Reservisten verraten. Sie hätten sich einmal im Jahr oder wie auch immer das nicht. Die Frage ist die, ich kriege es so weit ist. Was machen die Reservisten? Wie viele sind das denn überhaupt? Aktive Reservisten? Was sind das denn? Wie viele Tausende sind das? Und zweitens, wenn es so weit kommt, schlagen Sie sich zur AfD oder nicht? Nein, also ich kann keiner die Frage so beantworten. Aber das Gefühl, also ich habe Kontakte mit diesen Leuten und einige Offiziere haben mir dann so geäußert, ja, wir haben nicht reden mit euch. Das sagt schon viel aus. Ich sage es mal so, Reservisten sind in der Regel sehr rechtschaffende Leute. Ja, rechtschaffende. Okay, darfst du noch Fragen? Uwe, du wolltest was sagen? Ich wollte noch mal eben was zu dem Terrorfilm sagen. Mich hätte es jetzt auch sehr bewundert, dass das jetzt als großer Kinofilm angeboten war. Im Januar diesen Jahres war das für Aachener, Kölner Richter als ein Theaterstück aufgeführt. Die haben dort Staatsanwälte und alles bestellt und die sollten wirklich entscheiden. Wir kamen da zu einem Prozess und dann berichteten die, wie unterschiedlich die sich entschieden hätten. Gut, ich fand es ein sehr interessantes Experiment, das wirklich mit Richtern zu machen. Kann man das so oder so auslegen? Dass das jetzt auf einmal wiederkommt. Ich sah es jetzt im Fernsehen, kommt ja auch nicht Tagesschau, da kommt mir nur Scheiß rein. Das war die Außenkurse. Die amerikanische Wahl, es kommt ja nichts von uns mehr rein, wenn man sich mal die Tagesschau anschaut. Ja, ja, ja. Das sind Sachen, es hat nichts mit Tagesschau. Und ich war ganz baff, bis jetzt auf einmal kommt jetzt groß der Film raus. Also es scheint mir schon eine Absicht dahinter zu sein, das Theaterstück ist fast ein Jahr her. Das ist auch gewöhnen. Ja, haben wir? Ja, zu dem Film Terror möchte ich sagen, ich habe also nur ein Stück davon gesehen, war hochinteressant, auch nachher, wo das Urteil gesprochen wurde. Der Urteil ist ja auch freigesprochen worden, finde ich auch richtig so. Meine Frau hat den Film ganz gesehen. Was mir aber an der ganzen Sache aufgefallen ist, an der ganzen Show, ist das erste Mal, dass komischerweise die Bevölkerung abstimmen durfte. Per Radio konnte man die Sendung verfolgen und per Fernseher und konnte dann mit abstimmen. Und das sieht mir schon so aus, wie du auch gesagt hast, dass man die Bevölkerung schon mal darauf trimmen will. Es könnte ja mal sein, dass so ein Flieger runterkommt. Schon mal so ein Stimmungsbilder eindruft. Genau. Ich sehe das eher als eine Ersatzhandlung an, die man als Ventil benutzt, um der Bevölkerung zu zeigen, ja, ihr seid beteiligt. Das ist auch die Wahrheit. Aber es wird weiterhin nicht informiert. Das ist ein Ersatzhandlung. Alle Befehl. Wenn ich noch kurz was sagen darf, das Schlimme an der ganzen Sache ist, was ja auch in dem Film gezeigt wurde, derjenige, der im Flugzeug ist und die Entscheidung treffen muss, der ist im Endeffekt, sitzt er da ganz alleine und er muss entscheiden. Auch wenn er den Befehl gekriegt hat. Dann kommt wieder das, was die gesagt haben, die Moral. Mache ich es oder mache ich es nicht? Sollen 70 Leute sterben oder ich weiß nicht, wie viele da sind 70.000 oder wie viele da im Stadion waren. Er muss sich entscheiden, ob er drückt oder nicht. Er kann sich aber nur entscheiden, vom soldatischen Selbstverständnis her, wenn er eine klare, klare, ja, gut so vergehen, also eine klare linke und rechte Grenze hat. Nicht nur der einzelne Befehl, sondern auch an einer Grenze, in der er sich bewegen darf. So, die war ja hier gar nicht gegeben. Das heißt, diese beiden verschiedenen Güter, 164 Menschen zu Opfern, gegenüber 70.000, das ist ja nicht ein Gut, über das er zu entscheiden hat. Dann wird er gar nicht los. Ja, okay, das stimmt doch. Kannst du noch was? Ja, also noch eben auf das Thema Syrien und Assad, ich denke mir, da kommt man sogar, kommt oder man vielleicht noch am Griff kriegen, aber da ist dieses Problem ja nicht beseitigt. Dann werden wir von den Afrikanern die Flute. So, deshalb sage ich mal, dieses Außengrenzen schützen, dieses, man muss ja nichts Neues erfinden, man muss ja nur die geltenden Regelungen wieder anwenden. Die Gesetze sind ja da, man muss ja keine neuen erschaffen, man muss ja alles von der Rösche ziehen. Rückführung in sichere Drittstaaten und solange hier die, also dann, das ist ja mal ein Thema, bei uns hier beschäftigt, aber solange die hier freie, ich sage mal einfach freie, freie Urlaubswahl haben, die gehen woanders aus, die kommen denn nach hier, weil die Sozialleistungen höher sind, solange man da kann, die sich verschieben, wird sich an dieser Situation noch nichts ändern. Ich würde ja, wenn ich in der Stelle bin, genauso handeln, wo wir in Deutschland in Österreich bleiben, wenn wir in Deutschland, sag ich mal, die Leistungen, dann haben wir alles zu wissen. Ja. Aber dann möchte ich, einen entscheidenden Einwand, und haben gerade jetzt den Bericht gesehen, dass die alle herkommen. Ja, das liegt ja auch davon, dass wir die da ausrücken lassen. Die früten unsere scheiß Hühnerfröcke, als hier rüber, die können ihre Fische nicht selber hochfangen, die blieben eigentlich auch lieber in ihrem Land. Wir liefern Waffen dahin. Die Sanktionen sind auch schlimm, die Wirtschaftssanktionen, die kriegen keine Katarztletten, keine Lebensmittel und so weiter. Das heißt, die sind eigentlich sicher viele, aber die haben, die können sie nicht leben, sie können sie nicht leben, deswegen kommen die hier rüber. Wegen die Intentionen. Merkel ist selbst schuld dran. Wir zocken die ab. Nein, aber wir können nicht immer auf die anderen zeigen, nur deshalb kommen die, aber ich glaube nicht, dass wir besonders gerne hier in unserer Region holen möchten. Diese Fischer, wo warst du, in welchem afrikanischen Land, die haben nichts mehr. Die Troller da draußen machen illegale Fischfangquoten, die haben selbst nichts mehr zu fressen mit ihren paar Fischen, und geben lieber zu Hause und dass wir da nichts gegen tun. Wir sind es mit Schuld. Wir müssen jetzt einfach mal überlegen, wie kriegen wir das Problem gelöst. Das heißt nicht, dass wir sie alle aufnehmen. Das bringt es nämlich auch. Die EU zerstört systematisch die Einhandelsteuerung mit Systemen. Das ist die Fluchtursache. Das ist die Fluchtursache. Das ist die Fluchtursache. Und da ist das falsche Mittel die Grenzen. Zu uns, die EU muss da vor Ort. Ja, ja, ja. Die jüdische Flotten, die FIFA-Fanfotten, die Afrikaner, aber du kannst nicht immer sagen, was die anderen machen, das ist, was wir da auch machen. Aber, wie gesagt, das sind ja nicht nur die Europäer. Das sind ja die größten Schäden, die größten Schäden, die Chines. Aber das entlastet uns ja nicht. Was haben wir davon? Werner, du wolltest noch was sagen? Also ich bin mit der Lilo nicht ganz einverstanden. Wir sollen endlich aufhören, sich selbst zu kasteien ständig und behaupten, wie schlecht wir sind. Wir können nichts dafür, dass die EU uns an der Nase führt und uns dazu zwingt, da etwas zu kaufen, zu verkaufen. Wir können nämlich selbst nicht entscheiden. Also sich schlecht drehen sollen wir nicht. Wir sollen gucken, wie wir die Probleme loswerden. Aber ich habe noch eine Frage an den Polizisten hier. Oder an die Polizisten, die vielleicht hier dabei sind. Also es gab den Polizeispiele der Deutschen Polizeigewerkschaft. Den gibt es im Internet herunterzuladen, der PDF. Und Ausgabe Februar 2015, da hat einer gesagt, uns fehlen 13.000 Haftplätze. Das war im Februar 2015. Dann kamen eine Million junge Männer rein, von denen wir wissen, dass mindestens 10% kriminell und schwerkriminell sind. Wir wissen aber auch, da es nur Männer waren praktisch, dass es 20% sind. Das schreibt keiner jetzt. Das hat die Welt mal geschrieben, 2000. So, was ich damit sagen will. Wir brauchen doch den Terror, nicht zu warten. Der ist schon da. Das ist ein krimineller Terror. Wir befinden uns im Moment, wie ich meine, im Stadium der kriminellen Anarchie. Und da wollte ich wissen, wirklich, was der Polizist uns dazu sagt. Und zweitens, was die AfD dagegen machen kann. Also ich kann mir schon vorstellen, was ich machen könnte. Nämlich, im Vorwahlkampf, Landtag, Mai 2016, dieses Thema, innere Sicherheit, noch viel stärker zu thematisieren. Denn das ist wirklich unser Problem. Nicht der Terror, der uns dann der Stadt, lässt uns warten drauf. Das ist gar nicht klar. Wir haben den Terror schon drin. Das ist ein krimineller. Um es so zu sagen, um ein Land zu terrorisieren, braucht man keine Bomben. Genau das. Darf ich auch was einwerfen? Bitte. Ein Pizza Cold. Markus? Ja, würde du Markus sagen? Von Rekord allein. Der Juni, ist gut. Werner, ich gebe dir vor schon fest. Habt ihr Mitgliederanträge dabei? Bezüglich fehlender Haftplätze, kann ich dir gar keine Auskunft geben zur Zeit. Ich kann Ihnen nur sagen, ich hatte jetzt vor kurzem gehört, es sind zur Zeit 283.000 Personen, der Haftbefehl gesucht, innerhalb von Deutschland, mit Migrationshintergrund. Da zeigt man mal, wenn man sich vorstellt, die Größenordnung, 283.000, ich hatte mal irgendwo gelesen, wir haben 11.094 Kommunen in Deutschland. Wenn ich das statistisch dann durchrechne, wie viele Haftbefehle pro Kommune da wären, sage ich jetzt mal, und da ist dann eine größere oder kleinere Kommune im statistischen Durchschnitt dann von betroffen. Es ist schon grauenerregend, sage ich dir. Nur, ich kann dir sagen, wir müssen halt hart und hart arbeiten und auch dafür sorgen, dass wir mehr Haftanstalten ins Leben rufen. Es kann nicht sein, dass man zum Beispiel in Hamburg sagt, aufgrund fehlender Haftplätze legalisieren wir jetzt den Drogenhandel und man sagt jetzt bis zu einem gewissen Grammansatz wird jetzt alles freigelassen oder sowas oder gar nicht mehr behandelt. Das ist der falsche Ansatz. Man muss da konsequent vorgehen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Auch Taschen mit Taschen. Okay. Ich möchte eben nur noch mal was anwenden, dass ich, wir machen, mein Mann und ich, wir machen seit 15 Jahren Schöpfen am Landgericht in Aachen und am Amtsgericht in Dürren. Was sich in der Zeit verändert hat, das hat gar nicht so viel mit den jetzigen Flüchtlingen zu tun. Es ist ganz einfach so, man kommt da morgens früh an und die Säle werden schon mal, ganz viele in Aachen werden schon mal umgetauscht. Ja, wenn man ein Video braucht oder sonst was, dann laufen wir über drei Etagen, nachdem wir unten durch die Schleusen durch sind, dann laufen wir über drei Etagen und suchen unseren Fall. Da steht draußen dran, wer angeklagt ist, wer die Schleusen sind und wer die Richter sind. So, und was uns jetzt aufgefallen ist, nach einer Pause von ein paar Jahren, wir sind jetzt seit zwei Jahren wieder an dem Gericht, wenn wir morgens früh da reinkommen und laufen über drei Etagen mit so unserer Versitzungssäle und gucken uns die Namen der Angeklagten an. Das sind jetzt nicht die neuen Flüchtlinge. Das ist ganz viel, was schon seit Jahren hier ist. Das ist alles Arabisch, sonst was. Es sind kaum noch echt deutsche Namen dabei. Also, wir fanden das so erschütternd, das hat nichts mit der Flüchtlingswelle zu tun. Was das vor zwei Jahren ist, das ist tunesisch, sonst was. Das sind deutsche Namen, die kennst du noch nicht. Aber wir waren wirklich erschütternd, wie sich das schon verändert hat. Also, man kann auch zwei Drittel Arabisch sagen, haben keinen typisch deutschen Anliegen. Die wohnen direkt auf der Anerwessteinweg. Die wohnen da auch. Ja, wenn niemand mehr eine Frage hat, ich wollte noch was zu dem Namen Schirach sagen. Der Baldur von Schirach, den der Rüdiger aus Versehen da genannt hat. Baldur von Schirach war Reichsjugendführer und ist im Kriegsverbrecherprozess von Nürnberg 1946 zusammen mit dem Albert Speer zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Und ist nach 20 Jahren dann freigekommen, zusammen mit dem Speer. Der Ferdinand von Schirach ist, glaube ich, der Neffe von ihm. Ich bin nicht ganz sicher. Aber er ist auf jeden Fall verwandt mit ihm. Und das nur zum Baldur von Schirach. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden die Fragerunde. War ein sehr spezieller Vortrag heute, aber sehr und nicht weniger interessant. Das hat man ja an den Fragen gesehen. Also nochmal ganz herzlich willkommen. Ich habe den Sprecher von Aachen-Stadt gesehen, der Peter Sogelitsch. Wo hat er sich versteckt? Hier, hier. Da war es nicht. Peter. Ja, dann geht es nicht. Wir haben hier alle Freunde begrüßt, also sollst du nicht... Ja, komm doch mal her. Ja, komm doch mal her. Genau. Also das ist der Sprecher vom Kreisland Aachen-Stadt. Ich bin ja auch an den Abenteuer. Sehr schön. Schön, dass ihr euch gekommen bist. Ihr seht euch ja, glaube ich, nächste Woche oder so. Ja. Ja. So soll ich es sein. Ja, wie gesagt, das war ein sehr interessanter Abend. Das war ein spezieller Vortrag. Wir werden aber sicherlich in den nächsten Monaten auch wieder interessante Vorträge haben. Wir planen für nächsten Monats, also zu 90 Prozent würde ich sagen, klappt das, ne? Oder? Ja. Ich denke mal, wir werden dann wirklich den großen Raum in Anspruch nehmen müssen. Wesser ist das. Und einen Vortrag mit dem Guido Heil. Wer kennt den? Nicht? Ja, schau. Guido Heil ist der Fahnenflüchtige von der SPD. Aus Essen-Hort. Also ein echtes Wurmbordgestein. Und der war ja auch schon im Fernsehen. Der versteht also die Sprache der kleinen Leute und spricht auch die kleinen Leute an und bleibt auch bei der Realität. Das hat er ja dem Altmaier schon unter die Nase gerieben. Und wir erhoffen uns da also auch einen sehr spannenden, interessanten Abend. Das wird so sein, wenn, wie gesagt, zu 90 Prozent steht es am 25. November. Das ist gut. Nee. Das stimmt nicht. Bitte? Hier. Nebenan, da ist ein Saal, der ist doppelt so groß. Nee, dreimal so groß. Viermal so groß. Den kriegen wir auch noch voll. Ja, den kriegen wir auch noch voll. Ja. Ja, dann ist es ja auch schon wieder Dezember. Wir müssten auch so ein paar EDA-parteiliche Sachen noch machen. Also ich habe mir mal unsere Satzung angeschaut. Die ist auch sehr überarbeitenswürdig. Ich habe mir da schon ein paar Satzungen kommen lassen, dass wir die ein bisschen modifizieren, anpassen. Ich weiß gar nicht, ist die damals eigentlich abgestimmt worden? Oder war das nur ein Entwurf? Ein Entwurf. Ein Entwurf, genau. Da sollten wir also auch mal dran arbeiten, dass wir dann im Rahmen eines Kreisparteitages machen müssen, damit die Mitgliedschaft dann auch darüber abstimmen kann. Dann haben wir noch einen Vorstandsposten bekannt. Wir sind zwar so zu sitt im Vorstand, aber der gute Frank darf leider noch nicht mitstimmen. Der ist nur ein voroptiertes Mitglied, obwohl er einer unserer fleißigsten und ich sage immer, genialsten ist, ohne den Köpfe was zerspringen. Die Arbeit schon fast nicht mehr vorstellt. Und dann planen wir natürlich auch noch eine, wie wir das letzte Jahr hatten, eine kleine Weihnachtsfeier. Wieder für alle Mitglieder, Interessierten und so weiter. Das ist sehr gut angekommen. Wir hoffen, dass es den Abend sprengt, weil sonst haben wir kein Wahlkampfbudget mehr. Aber so ein bisschen wollen wir uns doch ein bisschen engagieren bei unseren Mitgliedern und hoffen natürlich, auch wenn es jetzt noch nicht so aussieht, dass viele dann auch wirklich mitmachen beim Wahlkampf. Viele sagen ja immer, wir möchten gerne mithelfen und so weiter. Und dann hört man nichts mehr davon. Aber es wäre trotzdem schön, wir brauchen Leute, die Flyer austragen oder die mal ein Plakat aufhängen oder die uns sonst irgendwie unterstützen. Also, wir sind eine kleine Partei und es bleibt auf dem Einzelnen natürlich ein bisschen mehr hängen. Aber je mehr Leute sich daran beteiligen, desto lockerer wird das dann. Und wir wollen ja schließlich was erreichen. So, das wäre es von hier. Vielleicht möchte der Eugen noch was sagen. Ja. Ein paar Worte dazu. Wir haben bei letzten Wahlen bundesweit ein Phänomen erlebt, dass die Russlanddeutschen meistens AfD wählen. Das wissen wir ganz genau. Sogar in Baden-Württemberg haben die Regionen, wo ganz viele Russlanddeutsche leben, da hat AfD direkt ein Kandidatmandat bekommen. Und so einen Erfolg wollen wir bei uns in NRW auch haben. Deshalb hat unser Landesvorstand ein Netzwerk gegründet, Russlanddeutsche für AfD. Ich koordiniere das bei uns. Herr Lundstedt hilft mir dabei. Ich brauche nicht viel über Russlanddeutsche zu erzählen. Das sind die patriotische, christlich orientierte, familienorientierte Leute, die damals nach Deutschland als Deutsche kamen, haben sich bestens integriert und wollen hier ein Leben, ein sicheres Leben wie alle anderen führen. Deshalb stimmen die jetzt meistens für AfD. Meistens muss ich nicht viel bei Russlanddeutschen zu erzählen oder für AfD zu gewinnen. Ich muss nur erklären, was unsere Partei ist. Dann stimmen die sofort unser Programm zu. Und ja, wir versuchen das bei uns so aufzubauen und auf gutem Weg, dass die Erfolge von anderen Bundesländern bei uns wiederholen. Falls jemand Interesse hat, ich habe ein paar Flyer dabei, oder jemanden Bekannten, Verwandten, Russlanddeutsche hat, dann können Sie das bei mir melden und wir besprechen das. Vielen Dank. Ja, es war doch ein trall gefüllter Abend. Ich bin immer erstaunt, wie schnell die Zeit vergeht und wie viele Themen doch angesprochen werden oder nicht angesprochen werden können. Wie gesagt, es war ein sehr schöner Abend. Ich hoffe, den gerade Erstbesuchern hat es doch ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen was gebracht. Vielleicht sehen wir uns dann bei den nächsten Veranstaltungen wieder.